Hallo liebe Leute, herzlich willkommen heute zur ersten Episode von Okkult TV, dem neuen Sendeformat auf YouTube, was alle Rekorde brechen wird, was euch einführen wird in die Welt der Mysterien. Ja, heute mit mir, mit Charles, mit Ivan dem Schrecklichen von dem Kanal Knowledge is an Inside Job, mit Janosch von dem Kanal Johanan Masora und mit Ilistan Snowly, den ihr von den Nachtmehrfahrten und auch von seinem eigenen Kanal, der ebenfalls Ilistan Snowly heißt, kennt. Und wir haben uns heute in diesem Tetragrammaton des Okkultismus zusammengefunden, um ein wirklich spannendes Thema zu besprechen. Es geht um das dämonisch-weibliche. Aber bevor wir jetzt wirklich ins Thema einsteigen und auch erklären, warum wir heute darüber sprechen wollen, sagen wir vielleicht mal ein paar Worte zu diesem neuen Format. Wir jeder von uns macht ja auf YouTube eigentlich ein bisschen, natürlich schon mit Unterschieden, aber ein bisschen so von der Stoßrichtung was ähnliches. Wir beschäftigen uns alle mit Religionen, mit spirituellen Traditionen, mit Geschichte, mit philosophischen Fragen. Und jetzt sind wir natürlich hinter der Kamera auch befreundet. Und da war irgendwann einfach der Gedanke naheliegend, dass wir mal die Synergien nutzen und ein gemeinsames Quasselformat ins Leben rufen, was auf der einen Seite inhaltsstark sein soll. Also wir recherchieren die Themen, wir gehen ins Detail, aber auf der anderen Seite auch einfach nur ein lockerer Kaffeeplausch sozusagen, wo auch mal gelacht werden darf. Wir wollen uns selbst und auch die Materie nicht zu ernst nehmen. Und in diesem Sinne, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur ersten Episode von okkult.tv. Und Jungs, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Schön, dass ihr alle da seid. Und danke an dich, dass du das jetzt hier so organisiert hast. Ja, irgendwas müssen die Steinböcke ja können, ein bisschen organisieren können sie. Ja, warum das Thema das dämonisch-weibliche, warum nicht das dämonisch-männliche oder das dämonische im Allgemeinen, das wäre vielleicht ja für die Zuschauer erstmal so eine interessante Frage, wie kommen wir überhaupt zu so einem Thema? Und aus meiner Sicht, vor allem aus dem Grund, dass in verschiedenen Okkult-Traditionen halt oft dezidiert vom dämonisch-weiblichen die Rede ist. Und es geht uns jetzt hier heute nicht darum, irgendwie weibliche Energien zu verteufeln oder dergleichen. Es gibt keine frauenfeindliche Intention dabei, sondern das dämonisch-weibliche ist einfach eine Begrifflichkeit und ein Themenkomplex, über den man immer wieder irgendwie stolpert, sei es jetzt in der Kabbalistik oder in magischen oder gnostischen Traditionen. Und wir haben uns gedacht, wer könnte nicht besser dafür prädestiniert sein, über dieses Thema zu sprechen als wir vier. Ja, ich bin gespannt, was ihr da so vortragen werdet. Wie wollen wir anfangen? Ja, Janosch, fang doch mal an. Du hast spannende Dinge recherchiert, die du uns mal vorstellen wolltest, über die wir so am Anfang mal diskutieren wollen. Führ uns bitte ins Thema, führ uns ins dämonisch-weibliche. Ich versuche es mal. Ich gehe aber jetzt erst mal einen Weg, den ich nicht so ganz selber unterschreiben würde, aber um mal wirklich ein Beispiel aus der tatsächlichen okkulten Praxis oder Literatur, die man so finden kann, zum Start zu geben. Von der Fraternita Saturni, relativ bekannte magische Logi, das hier sind so die, das sind die Blätter für angewandte okkulte Lebenskunst. Das ist so eine Zeitschrift, die in den 50ern rausgegeben wurde, von Eugen Grosche, dem Gründer Gregorius. Und aus dem Jahr 52, der Jahrgang, hat ein schönes Kapitel genau mit diesem Thema, das Weib als kosmisch-dämonisches Prinzip. Da lese ich jetzt einfach mal deren Standpunkt oder zumindest den Standpunkt von Gregorius vor, die ersten paar Sätze. Das Weibwesen ist von Urbeginn an die Feindin und das gegensätzliche Prinzip zum Manne. Nicht erst seit dem Sündenfall, der ja nur eine Allegorie ist auf den dämonischen Einfluss des Weibes. Bereits Eva handelte unter dem Einfluss der Schlange, die ja wiederum nur ein Symbol des negativen Prinzips darstellt. Lilith, die erste Frau Adams, war eine Verkörperung und Vertreterin der dämonischen Isis-Kräfte, als Ausgleichsfaktor dem solaren Prinzip, das Adam verkörperte, beigegeben. Als dann Adam die Gegnerschaft und den Einfluss von Lilith überwand, der solare Impuls triumphierte, warf das große luziferische Prinzip eine neue Vertreterin auf den Plan. Eva, die zweite Urmutter, um Adam zu Fall zu bringen und sein Paradies, seine Herrschaft zu zerstören. Dieser Plan gelang ja vollkommen und ist noch heute in seiner Auswirkung spürbar. Es handelt sich ja hier nur um Gleichnisse, um Sinnbilder, die den kosmischen Urgrund des Geschehens absichtlich verhüllen. Dem Esoteriker, welcher tiefer in die Kosmosophie eingedrungen ist, sind die Urgründe klar und er weiß um die Wurzeln des dämonischen Prinzips vom Beginn der Schöpfung an. Das ist erstmal die Sichtweise der FS, der Fraternita Saturni, auf diese Urthematik von Lilith, Eva und so weiter. Aber ich will auch noch kurz einen Ausschnitt, was dann die Konsequenzen für das praktische Logenleben, zumindest in den 50ern, war für diese Fraternita Saturni. Da steht dann nämlich, wenn nun die Fraternita Saturni in ihrer Eigenschaft als einzige magische und wissende Loge im Geiste des Wassermann-Zeitalters trotzdem Frauen aufnimmt, so kann hier gesagt werden, dass erstens die höheren Grade der Loge den Frauen verschlossen sind, zweitens aber aus einer geistigen Einsicht heraus, dass dem geistigen Frauentum geholfen werden soll, im Sinne uranischer Erkenntnis, sich zu evolutionieren. Außerdem sind weibliche Wesen infolge ihrer starken Sensibilität und Medialität sehr geeignet, als Hilfsfaktoren für experimentelle Magie und auch für kultische Sexualmystik zu dienen. Der Chemiker benutzt ja auch Gifte zu seinen Experimenten. Darüber weiß jeder eingeweihte Esoteriker ja Bescheid. Tja, was sagt ihr dazu? Das ist ja erstmal harter Esoschwurbel-Tobak. Naja, man muss jetzt natürlich sehen, zum einen die Zeit 50er Jahre, war vielleicht noch ein anderes gesellschaftliches Klima und natürlich die Fraternita Saturni stellt schon einen sehr eigenen, eigenwilligen Zweig der okkulten Tradition da, aber es ist ja schon mal ein kontroverser Einstieg ins Thema. Ja, man kann es natürlich auch ein bisschen positiv wohlwollend deuten, dass sie zumindest die Frauen auch schon in diese Logen reinlassen, was ja in der Freimaurerei lange Zeit ganz, ganz schwierig war oder eigentlich immer noch in der regulären. Und sie sehen das schon so als eigentlich positiv dem Weiblichen gegenüber. Aber halt solche Formulierungen wie, man kann sie als Hilfsfaktor nutzen und der Chemiker arbeitet ja auch mit Gift und ihre Medialität ausnutzen, für Sexualmystik, das klingt dann halt doch nicht besonders. Ja, was mich vor allem stört, ist ja schon bei den ersten Ausführungen, die du vorgelesen hast, dass das weibliche Prinzip rein negativ ausgedeutet wird und als Feinden Adams, als Feinden des Männlichen und dann später, wenn es konkreter ums Logenleben geht, wird das so eins zu eins dann auf die physischen inkarnierten Frauen übertragen, die dann wie so ein Gift der Loge beimischt und sie ja eigentlich dann auch nur instrumentalisiert, wie du schon gesagt hast, oder herabwürdigt als solche Hilfsfaktoren. Also aus meiner Sicht wird hier weniger über das Wesen des dämonisch-weiblichen gesprochen, im metaphysischen Sinne, als vielmehr, dass das weibliche generell dämonisiert wird. Ja, ich finde, das ist typisch für viele Religionen, oder? Also dieses Weibliche, was eben eher dem Irdischen, dem Materiellen zugeneigt ist, wird dann halt gerne so dem Geistigen als was Böses gegenübergestellt. Aber wenn man die Materie nicht hat, dann ist der Geist halt wirklich nur noch ein Geist, ein Gespenst. Und umgekehrt kann man zwar auch sagen, wenn der Geist der Materie fehlt, ist sie nur ein Leichnam, aber es gehört halt beides zusammen. Und Religionen tendieren leider oft in diese Richtung, dass sie so ein bisschen ins Wolkenkuckucksheim sich zurückziehen und das irdische verdammen, weil sie sich davon vielleicht versuchten. Oder vielleicht, ähm, darf ich sprechen, oder? Hey, reden. Da hast du einen Antrag ausgefüllt. Ja, der ist aber noch auf dem Postweg. Der ist in der Post. Also mir, mein erster Gedanke war genau der, den Charles vorhin auch gesagt hat, also schon beim Anmoderieren, wo du gesagt hast, heute soll es um das dämonisch-weibliche gehen. Ja, dämonisch-weiblich oder weiblich-dämonisch? Das sind zwei verschiedene Sachen, ne? Und, äh, oder wie du gerade so sagtest, wird das Weibliche hier nicht im Nachgang dämonisiert, sozusagen, ja? Und wenn man da mal an die Schöpfung geht, Erschöpfungsgeschichte im Bibel, Altes Testament, dann ist es ja grundsätzlich erst mal so, dass Eva ist ja Teil von Adam. Also, sie wird ja geschaffen aus der Hälfte von Adam. Wird immer von einer Rippe geredet, aber eigentlich ist es ja nicht nur eine Rippe, es ist ja ungefähr die Hälfte, die genommen wird, ja? Also das heißt, dass das männlich-weiblich-Wesen, was vorher Adam war, wird jetzt geteilt in zwei Wesen. Und da wird aber nirgends gesagt, dass jetzt das Böse abgetrennt wird oder das Dämonische abgetrennt wird vom Nicht-Dämonischen oder so, sondern es wird ja ganz offen gelassen. Es wird sogar gesagt, als Hilfe ihm gegenüber, also wirklich als ein unterstützender Faktor. Und wie du sagst, die Hälfte, also die eine Seite wird ihm genommen. Man kann es auch als Rippe übersetzen, aber das ist dann wieder nicht im Urtext eindeutig, sondern das ist halt die Eindeutigkeit, die die Menschen dann da reingetragen haben. Sie haben sich quasi dafür kollektiv entschieden, das Weib auf die Rippe zu degradieren und natürlich schlägt sich das dann irgendwie auch in der Historie nieder und die Effekte sind bis heute spürbar. Aber nur um nochmal die Gedanken festzuhalten, grundsätzlich geht es da ja noch gar nicht um Gut und Böse, zumal alle beide ja noch nicht mal vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Jetzt können wir natürlich wieder spitzfindig sein und sagen, Gott wusste schon, was er macht, was er dort weggenommen hat, welche Teile er abgespalten hat. Aber es wird zumindest definitiv erstmal gar nicht so konnotiert am Anfang. Und wie das mit Lilith gelaufen ist, ist ja nochmal eine andere Geschichte, weil die ist ja gar nicht in der Bibel mit erwähnt. Das sind ja andere apokryphe Texte oder irgendwo, wo Lilith vorkommt. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Vielleicht weiß es ja jemand von euch. Wird Lilith auch aus Adam geschaffen oder wird die quasi separat Also separat. Lilith ist ja vor allem in dieser talmudischen Überlieferung, wie Janosch wissen wird, da gibt es halt so verschiedene Varianten ihrer Story. Und generell bei all diesen sich widersprechenden Geschichten, die wie Janosch weiß, man hat im Judentum dann immer viele Möglichkeiten, wie das überliefert wurde von irgendwelchen Rabbis. Und generell in der magischen Tradition, aber jetzt besonders im Kabbalistischen. Und ich meine, mein Ansatz ist da immer so ein bisschen, gerade wenn wir über das dämonisch-weibliche sprechen, über Lilith, dann wäre mein Ansatz so ein bisschen zu gucken. Und ich liebe eure Ansätze. Also gleich am Anfang, wo man sagt so, hey, ich glaube, wir gehen alle so ein bisschen in die Richtung, wo wir sagen, diese Verdammung ist das Falsche. Das ist seltsam. Und wir haben dann diese sich widersprechenden Geschichten über solche Charaktere wie Lilith. Und ich glaube, das, was am zielführendsten, am konstruktivsten und auch was den Spirit der Gesellschaft am meisten erheben würde, wäre, wenn man sich überlegt, okay, welche dieser Geschichten ist am heilsamsten, ja? Also welche dieser Geschichten ist am heilsamsten für diesen unterdrückten weiblichen Geist? Und wie man von diesen Ausführungen von Gregorius sieht, ja, aus seinen Blättern für angewandte Lebenskunst. Und ich weiß schon, der Typ, der hat einiges Gutes geschrieben. Aber mir kommt es auch so vor, als wäre das so ein, ja, Frank Stoner würde sagen, der faustische Trip. Ich würde sagen, dieser gnostische Trip, ja? Der gnostische Trip oder auch der Trip, den irgendwelche Art Weiterleute oder Yogis im Osten haben, wo du sagst, du kennst irgendwann diese subtilen geistigen Zustände und du verliebst dich so sehr da rein, dass du das Weltliche hier verdammst. Und das ist eigentlich das, was wahre Okkultisten nie machen wollen. Ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass man auf einem geistigen Weg, jetzt ganz unabhängig davon, ob man männlich oder weiblich ist, dass in irgendeiner Form auf die Idee kommt und wirklich auf einem guten Weg ist, das andere Geschlecht zu verteufeln. Eine Abwertung eigentlich des gegenüberliegenden Geschlechts ist für mich schon ein Kennzeichen dafür, dass das kein authentischer, spiritueller Weg sein kann. Ausgeglichener jedenfalls. Es kann halt schon einer sein, der Wirkung entfaltet, aber welche Wirkung ist halt dann die Frage? Die Frage ist ja vielleicht erstmal, können wir mal kurz darüber reden, was ist denn überhaupt die Intention dahinter? Die Intention, das Weibliche zu verdammeln, schräg sprich zu dämonisieren. Und das erste, was mir jetzt einfällt, ist was sehr banales und weltlich ist, nämlich die Ablenkung. Also wenn man heterosexueller Mann ist, wir müssen jetzt immer noch über Homosexualität und sowas reden, aber bleiben wir erstmal dabei, also wenn man ein heterosexueller Mann ist und eine attraktive Frau sieht und selber im entsprechenden Lebensalter auch ist, dann so beschreiben das viele Freimaurer auch, die immer betonen, keine Frauen im Tempel, die Frau lenkt mich ab vom Eigentlichen. Ich will mich ja spirituell, geistig, feinstofflich hier transformieren in meditativer oder welche Handlung auch immer und da kann es nicht sein, dass dort ein Wesen mit Bonusloch im Raum sitzt. Du benutzt doch hier etwa nicht Bildvokabular. Ja, ich versuche jetzt hier mal zu erklären. Das muss den Zuschauern aber erklären, wo der Begriff herkommt. Also es ist ja jetzt gerade durch die Presse gegangen. In England gibt es ja jetzt den Streit, dass Vagina durch Bonusloch oder sowas ersetzt werden könnte. Also durch die Vogue-Bewegung, ne? Durch die, die gerade unsere Sprache umbauen. Naja, aber zurück ernsthaft, also diese Ablenkungsthematik, die kann man in gewisser Weise bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, aber das heißt ja nicht, dass ich dann pauschal das andere Geschlecht dämonisieren muss oder schlechtreden muss. Ne, das ist genau dasselbe, wie wenn sich ein Eremit halt in die Höhle zurückzieht. Das kann sicher mal eine sinnvolle Methodik sein, aber halt nicht das Endziel dieses Weges. Er kann dann die Kraft dort schöpfen, aber dann soll er wieder in die Welt gehen und eben in der Welt wirken und nicht in seiner Höhle. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den Anfang, weil wenn wir jetzt in die Bibel schauen, dann gibt es am Anfang Adam, ein menschliches Urwesen und ich würde jetzt mal behaupten, dass der, bevor Eva geschaffen wird, noch gar nicht so wirklich einem Geschlecht zuzuordnen ist. Ja, eindeutig doppelgeschlechtliches. Jetzt wird Eva geschaffen und es kommt eigentlich dadurch zur Aufspaltung der Geschlechter. Sie wird ihm gegenübergestellt und in einem gewissen Sinne erst durch diese Vereinigung dann wieder dieser Geschlechter können dann weitere Menschen gezeugt werden, kann Liebe erfahren werden und so weiter. Also es ist eigentlich wie eine Aufgabe, die jetzt der Menschheit gestellt wird. Eben ihr werdet geteilt von der Einheit in die Zweiheit und müsst wieder in die Einheit. Und jetzt wird aber diesem Wesen Eva, was Adam gegenübergestellt wurde oder dann Lilith als Alternative zu Eva immer irgendwie sowas Anrüchiges beigemischt. Ja, die also die verführt ihn da mit der Schlange oder Lilith ist irgendwie so seine dunkle erste Frau. Und da frage ich mich, wieso gibt es da schon diese Konnotation irgendwie oder diese Betonung des dämonisch-weiblichen? Warum ist Adam der Saubermann? Ja, ist der nicht dämonisch-männlich? Also ist er ja eigentlich nicht. Also sie meinen es jetzt nach der Abspaltung. Ja, ja und dann der nächste Punkt ist, Eva, genau, er folgt ja immer Eva. Eva bietet ihm den Apfel an und damit die Erkenntnis und das Wissen. Also sie ist ja eine Wissensbringerin. Sie ist ihm gegenübergestellt und im Bund mit der Schlange und da muss man sich ja fragen, was die Schlange überhaupt ist, bringt sie ihm Erkenntnis und löst eigentlich dann ja diesen Menschheitsprozess aus. Der Name Eva heißt übrigens Verkünderin wortwörtlich. Also genau. Da sind wir übrigens auch noch am interessanten Punkt, den du gerade anschauen hast. Die ist jetzt spekulativ wieder, aber dass Menschen Nachkommen zeugen können, ist ja wahrscheinlich, um mal in diesem allegorischen Bild zu bleiben, erst möglich, nachdem diese Trennung stattgefunden hat. Also es steht ja nirgends in der Bibel, dass dieser Uradam, die Stelle, so wie ich es jetzt in Erinnerung habe, heißt ja, Gott schuf ihn, also Adam, als Mann und Frau, also in einem. Und dann kommt ja erst die Abtrennung des Weiblichen. Und da ist die Frage, ob dieser Uradam überhaupt zeugungsfähig gewesen wäre. Das ist eine unklärbare Frage, weil es ja nicht weiter thematisiert wird an der Stelle. Aber Fakt ist, nachdem die Trennung stattgefunden hat, da ist die Zeugung von Nachkommen eben möglich. Also ich meine, aus der Theosophie kann man da sehr viel lernen. Die Blavatsky sagt beispielsweise in der Geheimlehre, dass du da vier verschiedene Adams allein hast. Das heißt, du nimmst da die Genesis, Satz für Satz auseinander. Und manchmal ist schon in dem nächsten Satz ein ganz anderer Adam gemeint. Und das machen ja Kabbalisten, dass du wirklich so, die Genesins, Bereshit, du fängst an am Anfang und dann schaust du, wo ist da der erste Adam. Und es ist eben so, dass es praktisch drei Adams gab, die nicht fortpflanzungsfähig in diesem Sinne war und diese Trennung erst weitaus später kam. Wie wir Telemiten dann natürlich sagen würden, so die Trennung um der Liebe willen, damit die Vereinigung. Da würde ich jetzt aber ganz gern mal was einwerfen, weil das inspiriert mich gerade. Wenn du sagst, es gab vier Adams und der vierte war dann der, wo Eva draus geschaffen wurde. Das heißt, es gab erst eine Dreiheit und der vierte ist so ein bisschen aus der Rolle gefallen. Weil das ist ähnlich, sind die freimaurerischen Grade auch aufgebaut. Man sagt ja, die Freimaurerei hat drei Grade. Die blaue Loge, Lehrling, Geselle, Meister. Und es ist dann aber so, dass mit dem Meistergrad die Freimaurerei nicht endet, weil das Meisterwort verloren ist. Und es gibt immer einen vierten Grad. Ja, das ist dann entweder der schottische Andreasmeister oder in England der Royal Archgrad, in dem das Wort wiedergefunden wird. Der ist aber inoffiziell. Der ist so ein verschwiegenes Anhängsel. Und damit endet die Freimaurerei. Die Grade, die dann noch darüber hinausgehen, sind Rittergrade. Das ist dann Tempelrittertum. Aber die eigentliche Freimaurerei hat immer nur diese vier Grade. Es gibt Lehrsysteme, wo dann aus diesem vierten Grad noch mehrere Grade abgeleitet sind. Aber in der Urform sind es immer Lehrling, Geselle, Meister und der geheime, verschwiegene vierte Grad, wo aber das Geheimnis wirklich offenbart wird. Und da sehe ich ja eine gewisse Analogie jetzt zu diesen vier Adams, wo es diese Dreiheit gibt und der vierte aus der Rolle fällt. Ich fände es jetzt spannend, wer, also in der Genesis-Stelle, also welche Stellen jeweils die vier Adams bezeichnen, weißt du das? Ich kenne auch aus dem Jüdischen so bestimmte Abstufungen. Du weißt, wie kompliziert das kabbalistisch ist. Das ist in der Geheimlehre ganz genau ausgeführt. Aber wenn wir uns mal ganz vereinfachen wollen, könnte ich mir vorstellen, dass, wie im Judentum es gesehen wird, dass der erste, also der eigentliche Adam Kadmon, gar nicht erwähnt wird direkt. Der ist schon da, bevor er erwähnt wird. Dann der zweite ist der, wo dann wirklich gesagt wird, er wird als männlich-weiblich geschaffen, also als diese doppelgeschlechtliche Figur, aber auch eben noch am sechsten Tag, also vor unserer Schöpfung, also vor dem materiellen Universum. Und dann als drittes wäre dann halt der, der der Eva gegen oder dem die Eva entrissen wird quasi, die eine Seite entrissen wird und dann dasteht, aber immer noch am sechsten Tag, also immer noch nicht in unserer physischen Welt, die kommt dann erst durch diesen sogenannten Fall zustande. Und da hätten wir dann quasi erst den vierten. Ja, hey, richtig erkannt. Also und der wichtigste Punkt daran ist, genau, es gab Adams, bevor die Genesis überhaupt anfängt. Also das ist eben dieses metaphysische Denken, was du im Okkultismus machst und was auch die Gnostiker versucht haben, die gesagt haben, die Bibel ist nicht vollständig, sondern wir müssen uns das überlegen, was überhaupt vor diesem Geist war, der über dem Wasser schwebte, wie die Genesis losgeht. Ja, aber ich will nochmal kurz zurück zu dem, was Charlie gesagt hat. Die vier, genau, weil die vier ist so eine Zahl, zu der könntest du ganz viel sagen. Wir kennen ja den kabbalistischen Lebensbaum, ja. Ich hoffe, die Zuschauer auch schon ein bisschen. Und das ist ja auch so. Es gibt so eine, es gibt diese Trinität, die ist über dem Abyss, wo alles paradox ist, wo du nichts genau sagen kannst. Und nach dieser Trinität, also nach der vollkommenen Einheit, das absolut Maskuline, das absolut Femine, kommt dann eben dieser Fall, ja. Und dann bist du bei der vierten Sephiroth und da geht die Schöpfung erst los. Ja, das ist das, was in der Astrologie dann Jupiter ist. Also schon der Herrscher, das ist Zeus, das ist die Krone von dieser Manifestation, von dieser Matrix, in der wir hier leben. Aber es ist eben dann schon die Matrix, ja. Und auch im hinduistischen vielleicht das noch am Schluss, ja. Da gibt es diese drei Zustände. Es gibt Wachzustand, es gibt Träumen und es gibt Tiefschlaf. Aber es gibt diesen vierten Zustand und das passt zu dem, was Charlie über die Freimaurerei gesagt hat. Es gibt diesen vierten Zustand, der diese drei Zustände transzendiert. Und was ist das? Und genau zu diesen vier Zuständen habe ich auch schon mal mit einem, der sich ja besser mit auskennt im Hinduismus, das mit dem kabbalistischen Konzept der vier Deutungsebenen der Bibel verglichen. Also da ist auch die vierte dann das Zod, das Geheimnis. Also auch genau wieder das, was eigentlich erst allem den wirklich tiefsten Sinn verleiht, was aber eben kaum zugänglich ist. Ja, ich meine, Charlie hat ja eingeleitet mit dem Tetragrammaton, ja. Also der unaussprechliche Name Gottes. Das untere He, darum geht es. Das untere He. Ja genau, die Prinzessin, die dann praktisch die Materie darstellt, die Vollendung von dem. Aber gleichzeitig sagt man ja in der Kabbalah, genau die Prinzessin trägt wieder das Allerhöchste in sich, ja. Aber nochmal zurück zum dämonisch-weiblichen. Jetzt haben wir diese Eva, die dem Adam gegenübergestellt ist, diesem vierten Adam. Und ich frage mich auf der einen Seite, sie ist ja ein bisschen auch, sie hat ja eine Führungsrolle. Er folgt ihr, ist dann von der Frucht. Sie ist die Mutter der ganzen Menschheit, ja. Sie ist die Urmutter. Und eigentlich müsste doch die Urmutter etwas naiv gedacht, rein Positives sein. Also ich frage mich, wo kommt das Böse, das Dämonische rein, aus dieser vielleicht biblischen, jüdischen, christlichen Sicht? Und ist das dieser Umstand, dass sie eine Erkenntnisbringerin ist? Darf ich was dazu sagen? Und wenn sie das ist, ist dann Erkenntnis böse? Und warum? Ist das das Wesen des dämonisch-weiblichen, die böse Erkenntnis? Also meine Antwort wäre spontan erstmal nochmal an der Bibel festgemacht. Gut und Böse existieren ja gar nicht für die Menschen, bevor sie vom Baum der Erkenntnis essen. Und die Stelle kann man ja nun mannigfach deuten. Also eine Option wäre zu sagen, ich versuche es einfach mal analytisch zu machen, eine Option wäre zu sagen, Gut und Böse haben schon immer existiert und Gott war der Einzige, der die Erkenntnis hatte über Gut und Böse. Alle anderen Lebewesen nicht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die verbotenermaßen von diesem Baum der Erkenntnis essen. Und es ist ja der Baum der Erkenntnis, Gut und Böse zu unterscheiden. Es ist nicht irgendeine Erkenntnis, sondern genau diese. So, und jetzt könnte man sagen, warum wollte Gott das verhindern? In der Bibel gibt es eine Erklärung, da wird gesagt, damit beide nicht jetzt auch noch auf die Idee kommen, vom anderen Baum des Lebens zu essen, der sie unsterblich machen würde. Wir hatten das Gespräch schon mal in einem Video mit Janosch, kann man auch wieder diskutieren, sind es wirklich zwei Bäume, so wie es in der Bibel steht, es gibt ja zwei Bäume, oder ist es sozusagen zwei Bäume aus derselben Wurzel? Irgendwie könnte auch sein, ja. Aber Fakt ist, dass es erst für Menschen ab diesem Zeitpunkt überhaupt die Unterscheidung von Gut und Böse gibt, nach biblischer Interpretation. Und das könnte natürlich auch ein Irrglaube sein. Vielleicht ist es ja auch so, dass Gut und Böse eben gar nicht wirklich existieren, sondern nur wir denken. Es sei so. Das sind ja irgendwie auch dann menschengemachte Kategorien. Ich würde sagen, es sind relative Begriffe. Was ist denn das Böse? Ja, weil ich empfinde irgendwas als Böses, bin sofort fertig, Entschuldigung, ich empfinde was als Böse, aber das heißt ja nicht, dass es auch de facto objektiv Böse ist. Ich denke, man kann in der Schöpfung nur dann etwas als Gut oder Böse eindeutig bestimmen, wenn man es eben rausreißt aus dem Gesamtkontext, weil im Großen und Ganzen alles dann wieder gut ist. Und so wird dann im Jüdischen, so wie ich zumindest von Friedrich Weinrebsseligen Andenkens kenne, diese Baum-Thematik, mit den zwei Bäumen auch so gedeutet, der Baum des Lebens ist der Baum, das steht dann auch im Bibeltext, im wirklichen Urtext, der Baum, der Frucht bringt und Frucht ist schon selber. Und der Baum der Erkenntnis ist dann nur der Baum, der Frucht bringt. Also der ist nur das Werdende, während beim Baum des Lebens das Sein und das Werden vereint sind, das Ewige und das Zeitliche vereint sind. Also nicht das Werden oder das Zeitliche an sich ist es böse, sondern nur wenn es isoliert von diesem Ewigen, vom Großen und Ganzen, könnte man auch vielleicht auch sagen, ist. Das heißt, dieses Greifen nach der Frucht vom falschen Baum ist eigentlich der Griff in die Individualität oder der Sprung in die Individualität hinein, in diese Subjekt-Objekt-Spaltung. Und in dem Sinn ist dann alle Erkenntnis automatisch immer, also Erkenntnis in diesem eher logischen Sinne, nicht irgendwie Gottes Erkenntnis, immer eine Spaltung von sich gegenüber dem Erkannten. Also da kannst du nicht mehr die vollständige Einheit haben und das ist eben der Fall heraus aus dem Paradies, aber es ist halt nötig, damit überhaupt die ganze Entwicklung sich entfalten kann, damit sie erlebt werden kann und am Ende, so Gott will, auch die Rückkehr wieder erlebt werden kann, die gar nicht möglich wäre. Das Wunder der Eins-Werdung ist größer als das Wunder der Eins-Heid oder des Eins-Seins. Und insofern ist es halt zwiespältig. Ist es jetzt wirklich negativ, dass wir gefallen sind oder ist es nicht eigentlich das Geschenk, was wir aber erst erkennen werden, wenn wir dann wieder heimgekehrt sind, wieder verloren sowieso. Also Janosch, diese Deutung des Falls gefällt mir eigentlich auch am besten. Also weil es ist da in der Hinsicht verständlich, dass man das mit etwas Negativen assoziiert und dann irgendwo auf etwas Feminines projiziert. Das ist verständlich, da muss ich jetzt mal einhaken. Das Erste verstehe ich, aber wieso muss man das jetzt aufs Feminine oder Weibliche projizieren? In anderen Kulturen ist die Frau nicht so negativ konnotiert. Also wenn man mal an die griechische Antike denkt, das waren immer Priesterinnen im Tempel, die hatten ein ganz hohes Ansehen und so. Das waren die Orakel von Delphi und so weiter. Das waren alles Frauen und die hatten kein negatives Ansehen. Aber komischerweise im jüdisch-christlichen verrutscht das dann. Du hast mich falsch verstanden. Das war gerade das Weibliche auf ganz metaphysischer Ebene gedacht. Weißt du, das war praktisch nicht auf das bezogen, was du jetzt meinst, sondern eher, wenn man das eben mit der Erkenntnis gleichsetzt, mit diesem Verstehen. Und weißt du, wenn man sagt, es gab praktisch einen Urzustand, da war alles im perfekten Fluss, da hast du dich dem Leben einfach hingegeben. Und dann gab es diesen Moment, da wolltest du eben wissen, da wolltest du selbst diese Gnosis haben. Und das ist dieser Fall, dieser Fall, von dem Janusz gesprochen hat, Individualität, der erst dadurch kam, dass die Schlange das Wissen gegeben hat. Und die Schlange ist eine... Die Frage nochmal zum Begriff weiblich. Warum? Dann benutzen wir den Begriff einfach falsch. Ich glaube, das ist erinnert auf viele. Ja, genau. Ich glaube, ja, ja, ja. Und so allgemein wird immer gesagt, das männliche Prinzip ist Ratio, Analyse, Verstand, das weibliche ist das Emotionale, Dunkle, unter der Wasseroberfläche Verborgene. Irgendwie so wird das ja immer hingestellt. Und dann entsteht tatsächlich das, wie du es in solchen Systemen hast, wie in Fraternitastaturni oder auch in der Freimauerei, diese Polarisierung in männlich-weiblich, ja, die weiße Säule, die helle Seite ist männlich, die dunkle Seite ist weiblich, der Pfad der linken Hand, das ist der weibliche Pfad und, und, und. Immer negativ konnotiert. Aber warum? Das ist die Frage. Warum? Also ich sage Schattenprojektion. Das, was du vorhin beschrieben hast mit, die Frau ist Ablenkung, das ist genau das, wo jemand aus der Selbstverantwortung flieht und den Schatten projiziert. Er sagt, er kann sich nicht beherrschen. Die Frauen lenken mich so sehr ab, ich muss das verdammen. Die dürfen nicht in der Loge sein und ich ziehe mich am besten ganz in meine Höhle zurück, damit ich nicht mehr damit konfrontiert bin, weil ich praktisch mich nicht beherrschen kann, weil ich von dem Joint ziehen muss, wenn er da liegt, ja. Das ist diese Flucht und das ist Lilith. Deswegen wurde Lilith verdammt, weil die Leute keine Schattenarbeit machen wollen. Die wollen immer gleich zu den Siddys Stufen, haben ihre mystischen Erfahrungen gemacht, wollen das halten, aber sind nicht bereit, durch den Schatten zu gehen, ja. Erzähl doch mal die Lilith-Geschichte ein bisschen, damit wir das, weil das haben wir noch gar nicht richtig, erzähl mal so, was Lilith überhaupt ist. Na gut, es gibt verschiedene, also. Ja, ich kann ja dann ergänzen. Ich mag auch diese klassische Variante am liebsten, die einfach sagt so, Lilith und Adam wurden gleichberechtigt geschaffen, ja. Ja, und irgendwann kam aber der Punkt, man sagt auch oft beim Sex, da hat Lilith gesagt, sie will nicht immer unten liegen. Da ging es gar nicht darum, immer oben zu sein, aber sie sagt, nicht immer unten. Und da hat der Adam keinen Bock drauf, ja. Und das war dann der Punkt, wo Lilith gesagt hat, okay, dann gehe ich. Und das hat sie auch gemacht. Dann wurde sie in die Wüste verdammt und man sagt halt Dämonen und so weiter. Aber da ist jetzt ja die Frage, welcher Adam, weil der Adam vor, es heißt ja, sie war seine erste Frau vor Eva in dieser Tradition, so. Also, das heißt, Eva war noch nicht geschaffen. Das heißt, das war ja noch ein androgyner Adam, der beide Geschlechter in sich vereint. Ja, das darf man ja nicht vergessen, wenn man das jetzt mal miteinander kombiniert, beide erzählt Strenge, müsste das ja noch, wie gesagt, dieser zweigeschlechtliche Adam gewesen sein. Und es stellt sich die Frage, oder welcher der vier Adams? Ich frage, ob Lilith überhaupt ein Mensch war, sondern nicht gleich ein Dämon war oder andere Wesen halt war. Es wird ja auf jeden Fall... Die werden dann weibliche Aspekte zugesprochen werden, aber... Also, gehen wir doch mal ganz analytisch dran. Vom Wort Lilith, das kommt von der Leila, von der Nacht. Und noch weiter zurückgehend, die Nacht ist das Umschlingende, also es hat was mit Würgen und Umschlingen zu tun. Es ist also etwas, was in gewissem Sinne schon eher bedrohlich wirken kann, aber nicht zwangsläufig. Es ist vielleicht auch einfach nur das, was bedeckt und was einen einhegt oder sowas. Aber es wird meistens auch gesagt, dass Lilith schon vor dem sechsten Tag irgendwann geschaffen wurde. Da gibt es wieder auch unterschiedliche Varianten, aber auf jeden Fall eigentlich vor Adam sogar schon. Und genau, wie ihr sagt, Adam ist da ja noch männlich und weiblich. Also eigentlich ist Eva mit dabei, nur halt noch nicht als eigenständige Individualität. Vielleicht auch nochmal zu männlich-weiblich, wie Ivan es eben so, wie man es heute meistens deutet, zusammengefasst hat. Männlich eher rational, weiblich eher emotional. Das ist in dieser Urgeschichte eigentlich noch überhaupt nicht so gemeint. Da ist männlich-weiblich sogar von den hebräischen Wörtern her einfach nur grob gesagt innerlich-äußerlich. Also männlich ist innerlich und äußerlich das weibliche. Und das ist dann halt auch wieder dieses, genau was Ilai ist daneben mit dem ganzen Ablenkung. Die Ablenkung kommt eben über das Äußerliche. Die äußere schöne Gestalt der Frau lenkt mich ab. Oder eben der Rausch über die Drogen oder was auch immer. Die Substanz, also auch was Äußerliches ist das, was vermeintlich mich irgendwie versucht. Und das projiziert man dann eben oder das betrachtet man dann eben als böse. Aber in Wirklichkeit ist es einfach nur, ja, die äußere Umhüllung. Also das Wort für weiblich heißt wortwörtlich wirklich Umhüllung auf Hebräisch. Und die Umhüllung, wenn sie leer ist, klar, kann man sie negativ sehen. Aber man könnte dann auch dem Mann den Vorwurf machen, ja dann erfüllst du eben diese Umhüllung nicht. Das ist deine Aufgabe und nicht einfach die Umhüllung als solche irgendwie verdammen. Dann ist das zu klein. Genau. Du musst ja mal ein bisschen das Schöner-Siedeln kaufen. Na gut. Ich würde das Ganze auch gerne nochmal so ein bisschen technisch auseinandernehmen. Wir haben diesen Baum der Erkenntnis. Da ist eine Frucht. Die Frucht, wenn man sie sich einverleibt, verleiht dieses Wissen um Gut und Böse. An dem Baum schlängelt sich irgendwie eine Schlange und die Schlange spricht Eva an und möchte sie eigentlich dazu verführen, diese Frucht zu essen, um diese Erkenntnis zu erlangen. Eva ist neugierig oder offen dafür, macht das und lädt dann Adam ein, ihr zu folgen, der das in gutem Vertrauen dann auch tut. Es gibt ja auch die Sichtweise, die so ein bisschen mit dem Yoga-Philosophien irgendwie korrespondiert. Der Baum könnte auch die Wirbelsäule sein. Die Schlange wäre die Kundalini-Energie, heißt ja auch Schlangen-Energie. Ja und diese Erkenntnis, das wäre dann eben die Erweckung der Kundalini durch diesen Baum hin nach oben. Wäre jetzt aber die Frage, an welchem Chakra dann die, ne noch nicht, noch nicht bitte, an welchem Chakra dann die Erkenntnis von Gut und Böse festzumachen wäre. Ob das dann wirklich ganz oben am Kronchakra wäre, das wäre ja auch nochmal eine spannende Frage. Und warum sich die Kundalini-Energie praktisch an das weibliche Prinzip wendet. Es gibt ja auch noch im Hinduismus den Begriff der Shakti. Shakti ist ja immer der weibliche Aspekt einer Gottheit. Das finde ich ein bisschen analog so zu Adam und Eva. Also jeder Gott hat eine Shakti und das ist sein weiblicher Aspekt. Und vielleicht ist Eva in dem Sinne die Shakti Adams und die wiederum ist es, die die Kundalini-Energie erweckt. So könnte man das mal deuten, wenn wir ost- und westliche Tradition ein bisschen zusammenbringen wollen. Und jetzt Ivan hast du das Wort, aber das wollte ich noch eben zu Ende ausführen. Also ich bin großer Fan von solchen assoziativen Erkenntnissen, wobei man aber auch der Fairness halber sagen muss, das sind jetzt schon wirklich starke Eigeninterpretationen mit im Spiel, was aber völlig in Ordnung ist. Das ist nun mal eine Fähigkeit, die der Mensch hat, dass man auf dem Rücken auf der Wiese liegt und plötzlich in der Wolke irgendwas erkennt. Und das bringt einen ja auch weiter, auch wenn es vielleicht ein anderer nicht so sieht. Das nur mal so am Anfang. Also deine Kundalini-Interpretation ist jetzt durchaus schon relativ gewagt, behaupte ich mal. Aber nichtdestotrotz durchaus auch sehr anregend. Worauf ich hinaus will, ist folgendes. Die Schlange ist erstmal noch keine Schlange. Also es gibt sogar alte mittelartige Darstellungen. Da ist das wie so eine Art Echsenmensch. Also das ist jemand, der Füße hat, Beine und Arme hat auch, ja. Allerdings auch schon mit so einem komischen Echsen-Schwanz. Und in der Bibel heißt es ja dann, wenn Gott, als Gott das also mitkriegt, was da gerade gelaufen ist, da kommt ja die Strafe. Und da ist eben die Strafe für die Schlange, dass sie ab jetzt auf dem Boden durch den Dreck bliechen muss. Das heißt, Arme und Beine werden weggenommen, sozusagen, ja. Und ja, und dann eine ewige Feindschaft zwischen Frau und Schlange sein soll. Also da steht ja in der Bibel so sinngemäß, du sollst ihrem Nachkommen den Kopf zertreten oder deine Nachkommen von der Frau, von Eva, sollen den Nachkommen der Schlange den Kopf zertreten und du sollst sie in die Ferse stechen. Und jetzt wäre es mal zum Punkt, die Schlange ist ja eben auch irgendwie ein weibliches Prinzip. Also dort läuft ja was zwischen zwei Frauen ab. Aber da muss ich jetzt wirklich mal einhaken, weil die Schlange auf hebräisch, Nachasch, ist ein männliches Wort. Das ist halt einfach im Deutschen die Schlange, aber ganz eindeutig eine männliche Kraft. Und zu dem Kopf zertreten und Fuß stechen, das Wort ist jeweils dasselbe. Also da steht nicht einmal stechen und einmal zertreten, da steht schleifen. Und die Ferse heißt auch das Krumme. Also man könnte auch sagen, die Schlange wird dir das Krumme gerade schleifen. Und da kommen wir halt so zu dieser Rolle des Feindes, des Widersachers als eine Art Schleifstein. Das ist nicht angenehm, wenn man geschliffen wird, aber es dient dir eben, deine Macken, deine rauen Kanten quasi abzuschleifen, damit du immer mehr dem Ideal wieder entsprichst. Es kann dich quasi nur da angreifen, wo du halt noch Makel hast. Und insofern ist eigentlich auch wieder eine konstruktive Rolle denkbar für diese Schlange. Und ich muss ganz kurz noch was zu dem Befeuchstum. Nein, da hast du völlig recht gehabt mit dem, genau, mit diesem Bein und Arm. Aber das passt auch vielleicht auch wieder zur Kundalini-Energie, wenn man sich vorstellt, die wird dann verdammt am Boden zu bleiben. Also aufgerollt in ihren dreieinhalb Rollen im Wurzelchakra und darf nicht hochkommen. Aber, und wenn wir jetzt die Frage stellen, wo findet dann dieses Wissen statt, würde ich halt nicht sagen im Kronenchakra, sondern im Sechsten. Also da, wo das eine Auge dann geschlossen wird und sich die zwei Augen stattdessen öffnen und eben die Dualität, also die Sicht der Dualität quasi dem Menschen, ja, entweder geschenkt oder eben aufgezwungen wird. Und das ist ja auch der sechste Tag, an dem das alles passiert. Also das sechste Chakra würde da eigentlich ganz gut passen. Aber Ivan hat natürlich recht, das ist jetzt Spekulation. Und Juden und Hindus haben sich noch nicht seit Jahrtausenden da geeinigt. Ich finde es interessant, wenn wir mal gucken, diese Schlange, die wird ja auch dann in der christlichen Tradition später oft mit dem Teufel gleichgesetzt oder dem Widersacher. Und in anderen Kulturen gibt es aber noch die alten Schlangengottheiten. In Nepal gibt es die Nagas. Das sind die Schlangenwesen, Geistwesen, die praktisch auch im Erd- und Pflanzenreich zu verorten sind. Und es gibt Raja Naga, so einen König der Schlangengeister, würde ich das jetzt mal nennen, Geisterdämonen, Devas, wie auch immer. Das sind ja jetzt auch so ein bisschen schwierige Kategorien. Aber das sind Kräfte, die in der Natur wirken, die notwendig sind für das Funktionieren der Natur, die geachtet werden müssen und die nicht verletzt werden dürfen und die aber nicht verteufelt werden. Und diese Verteufelung der Schlange geht ja, finde ich, auch irgendwie mit dieser Verteufelung des Weiblichen einher, obwohl beides verschiedene Dinge sind. Die Schlange brachte die Erkenntnis, das weibliche Prinzip hat die Erkenntnis angenommen, ans männliche Prinzip weitergegeben. Und beide werden irgendwie verteufelt. Das männliche Prinzip bleibt so das Gute, vereinfacht gesagt. Das ist irgendwie für mich schwierig. Und auch die Frage, warum bei dieser Dämonisierung von Schlange und Weib, ja, warum eigentlich? Wo das doch in so vielen anderen Kulturen einfach nur, jetzt sage ich mal, erst mal metaphysische Naturkräfte sind. Also es stimmt schon, dass es auch verschiedene Deutungen gibt. Laut Geheimlehre, diese Nagas, diese Schlangen, haben da eigentlich bloß ganz, ganz weit aufgestiegene Yogis bezeichnet. Ja, sowohl männlich wie auch weiblich. Also allein für diesen Naga-Begriff gibt es da schon verschiedene Auslegungen. Und wir sprechen definitiv über das archetypisch Weibliche. Dennoch ist es so, man sagt im Hinduismus, oder speziell Kali-Verehrer sagen das, ja, weil Kali, Shakti, geht ja alles in eine ähnliche Richtung. Man sagt, Shiva ist Shava ohne Shakti oder ohne Kali. Und Shava heißt Leichnam, Tod, ja. Also Shiva ist Tod ohne Shakti. Und das, warum man sagen könnte, die Schlange steht eher in Verbindung mit dem Weiblichen, ist, weil das Weibliche ist einfach der dynamische Impuls, also dass das Leben losgeht. Wenn das Männliche der vollkommene Stillstand wäre, dann kommt da eine Lebenskraft rein, ja, damit diese ganze Schöpfung überhaupt ihren Lauf nimmt. Ja, Moment. Pass doch auch mit dem Lauf. Da muss ja wohl der Mann seine Salami ins Wurst verschieben, bevor, ins Bonusloch, bevor da was in Gang kommt. Aber ich gebe insofern recht, dass natürlich nach dem Moment der Zeugung plötzlich alles, was danach folgt, irgendwo mit der Frau zu tun hat, mal ganz banal gesagt. Vielleicht ist das ja auch das, was Männer so irritiert, weil das Kind wächst ja nun mal in der Frau heran. Und die Frau muss es ernähren. Die Frau muss es hinterher auch noch großziehen. Also alles das ist dem Weiblichen gegeben. Nur der Moment der Zeugung ist natürlich da, wo der Mann noch dazugehört. Ja, schau, ich meine, wir sind ja bei Okkult-TV. Und das, was grundsätzlich ein Okkultist lernen sollte oder so, oder was wir aus dem kennen, womit wir uns beschäftigt haben, aus Telemma oder wahrscheinlich auch in höheren Graden der Freimaurerei, ist immer, dass du lernst, von diesem linearen Denken wegzukommen, hin zum Paradoxendenken. Und da gibt es dann immer zwei Varianten, das zu sehen, weil du hast auch recht, Ivan. Weil klar könnte man sagen, wieso ist das Weibliche die Dynamik? Eigentlich ist doch der Mars dieser, der, der praktisch die Disharmonie ins Spiel bringt oder die Bewegung überhaupt erstmal ins Spiel bringt. Und das ist, weil unter dem Abyss alles gespiegelt wird. Also es gibt immer zwei Ebenen, die sich teilweise vollkommen widersprechen. Und das ist die Aufgabe des Okkultisten, das eben in Einklang zu bringen und nicht daran zu zerbrechen, dass du das logisch nicht fassen kannst. Weil schau, was ich noch zur weiblichen Energie sagen möchte, ist, wir leben ja in so einem Zeitgeist, wo man sagt, hey, die weibliche Energie erwacht wieder, ja. Dieser Feminismus und die Weiber müssen an die Spitze, ja. Und meiner Ansicht nach ist das so, das war nie anders. Das ist eine Illusion, wenn man denkt, das war jemals anders, dass die Frauen praktisch nicht die Regierenden waren. Weil jeder Okkultist und jeder, der Machiavelli gelesen hat, weiß, du regierst aus dem Hintergrund. Und selbst in allen Ländern, wo die Frauen unterdrückt werden, wenn du mit den Leuten dort sprichst, sagen sie, hey, in der Familie, die Frau hat die Hosen an, ja. Die regiert aus dem Hintergrund. Und genau so, was meiner Ansicht nach immer, ja. Es ist sogar besser, wenn du, also es ist eigentlich mächtiger, wenn du aus dem Hintergrund wirken kannst. Aber die weibliche Energie hat immer geherrscht. In vielen Teilen stimmt. Jetzt könnte man wiederum diskutieren, man sagt, wie ist das denn gerade in der heutigen Zeit, Stichwort Gender, Geschlechtsumwandlung etc., dass Männer plötzlich ihre weibliche Seite entdecken oder vielleicht sogar gerne lieber eine Frau sein wollen. Welche Gründe sind das? Sind das individuelle Gründe? Sind das kulturell-gesellschaftlich jetzt der Boden bereitet dafür oder was auch immer? Aber das würde wahrscheinlich jetzt den Rahmen hier auch ein bisschen sprengen. Naja, Wido, vielleicht zeigt es dir einfach nur an, dass in jedem Menschen unbewusst sich diese Sehnsucht immer mehr ausdrückt, dass ein Gleichgewicht, dass in jedem Menschen beides vorhanden ist, dieses männliche und das weibliche Prinzip. Und das halt dann auf sehr pervertierte Weise, das auch in solchen Beispielen wie Transgender und sowas, sich ausdrückt, dass da wirklich was Wahres und Aufrichtiges dahinter ist, aber eben irgendwie verzerrt wurde. Mich würde jetzt nochmal interessieren, jetzt sprechen wir nämlich viel über das weibliche Prinzip, als solch, was ja schon metaphysisch schwer zu fassen ist. Aber was ist jetzt spezifisch das dämonisch-weibliche und was wäre dem gegenüberliegend das heilig-weibliche? Ja, also jetzt ein Sinnbild ja fürs weiblich-heilige ist die Gottesmutter Maria, würde ich jetzt mal behaupten. Aus kirchlicher oder aus christlicher biblischer Sicht ist Maria auf jeden Fall sowas wie definitiv nicht das dämonisch-weibliche. Aber was kennzeichnet die jetzt? Also eine jungfräuliche Geburt? Dass sie Gefäß des Göttlichen war? Oder ist, wie unterscheidet sich das vom dämonisch-weiblichen? Das will ich irgendwie mal ein bisschen voneinander scheiden, weil wir ja, wenn wir jetzt nur über das weibliche Prinzip reden, dann kommt der Titel der Sendung irgendwo zu kurz. Wir wollen ja rausarbeiten, was jetzt dieses dämonisch-weibliche sein könnte. Und noch allgemein noch fragen, was überhaupt dämonisch sein soll. Dämonisch. Bevor man sagt, dämonisch-weiblich. Es wird immer mit was Bösem assoziiert. Aber es ist vielleicht eben, weil es das Böse nicht gibt, ist es eben nur empfundenermaßen was Böses. Na, es ist ja insofern interessant. Der Begriff Dämon kommt ja von dem griechischen Daimon, was ja schon Angst bedeutet. Insofern wäre das dämonisch-weibliche das angstbehaftet-weibliche. Aber also nicht das, wo das... In gewisser Weise. Oder das männliche oder überhaupt, wer auch immer. Also der Elias hat doch eigentlich den Begriff Schatten schon eingeworfen. Das beantwortet fast schon allein mit diesem Wort, diese ganze Frage. Im Judentum gibt es ja auch die weibliche Seite Gottes, also das Heilige, also das weibliche Heilige, das ist die Schrinah, die Einwohnung wortwörtlich Gottes. Das ist also das Sichtbarmachen des heiligen, göttlichen, ewigen, in der zeitlichen Welt. Das rein Männliche kann das nicht. Das bleibt eben immer weit oben im Himmel irgendwo. Das braucht das Weibliche, wie dann in der neutestamentlichen Geschichte eben auch die Maria notwendig ist, damit hier Gott sich verkörpern kann. Ohne die Mutter wäre das nicht möglich gewesen. Ohne diese menschliche Seite wäre es nicht möglich gewesen. Also in dem Sinne steht das Weibliche auch für das Menschliche gegenüber dem Göttlichen, wenn das Männliche eher das Göttliche repräsentiert. Und diese Muster erkennen wir überall wieder, auch in den Mythologien. Also ich kenne da halt vor allem die Jüdischen ein bisschen. Ich weiß nicht, wollen wir mal zum Thema Naama gehen? Ich glaube, da habt ihr auch noch das eine oder andere zuzusagen. Eine weitere Gestalt, die sehr ambivalent bewertet wird. Da ich das Thema ja angeschnitten hatte, sage ich mal zwei Sätze dazu und du führst weiter aus. Ist das okay? Also das ist nun wieder ein Name, den viele nicht kennen. Also wenn man jetzt nicht wirklich richtig bibelfest ist oder so tief in der Materie steckt, würde man wahrscheinlich nicht auf Naama kommen. Das ist ja keine Persönlichkeit, die jetzt so herausragend ist, dass jeder davon schon mal gehört hätte. Wen man allerdings meistens kennt, ist Noah. Und es geht ja dann um diese Bibelpassage. Kannst du bitte nochmal auf Sächsisch Noah sagen? Noah. Noah. So, Arche Noah. Es geht um die Sintflut. Es geht darum, Gott nimmt im Grunde genommen einen Großteil der vorher existierenden Geschöpfe wieder aus dem Rennen. Aber ein paar bleiben übrig. Und wer definitiv übrig bleibt, ist Noah und seine Familie. Und seine Frau ist Naama. Und Naama ist die Schwester von Tubal-Kain. Tubal-Kain ist wiederum in der Freimaurerei eine wesentlich wichtige Persönlichkeit. Nämlich in der Nachfolge Kains stehend. Also siebte. Übrigens, genau, siebte Generation. Der erste, der das Erz vom Stein trennte. Ja, interessanterweise. Warum ein Schmied? Warum nicht ein Steinmetz, wenn es doch um Freimaurer geht? Na klar, jetzt wird immer gesagt, weil ich ja Eisen brauche, um Stein bearbeiten zu können. Ja, aber das ist ja eine presumitive Sicht auf Freimaurerei. Ich kann Waffen herstellen zum Beispiel. Nein, Tubal-Kain ist der erste Alchemist. Schmiede. Es gibt von Mersha Iliade, dem bekannten Religionswissenschaftler, auch ein Buch Schmiede und Alchemisten. Und die Schmiede waren die Hüter des Geheimwissens, woraus dann auch letztlich das alchemistische Wissen entstand. Und man hat ja auch ganz, ganz früher den Schmieden, die Achilles sehen, im Dorf durchtrennt, damit die mit dem Wissen nicht wegrennen. Das ist zumindest eine Legende. Und dadurch ist auch Hephaistion, der griechische oder Vulkan bei den Römern, der hinkende Schmiedegott, der Teufel hinkt. Das hängt so alles miteinander zusammen. Schmiede, Teufel, Alchemisten und Tubal-Kain, interessanterweise die siebte Generation nach Kain, ist sowas wie der Uralchemist. Und da geht es natürlich jetzt nicht dann um... Und der Bruder von Nama, um jetzt dir wieder das Wort zu geben. Und jetzt wollen Tubal-Kain mal... Ich gebe das Wort sofort weiter an Janosch. Ich ergänze einfach noch mal ein paar andere Sichtweisen der jüdischen Überlieferung. Das, was du gesagt hast, genau, das ist relativ bekannt, die Frau Noas. Und damit wäre dann Nama auch eigentlich quasi die einzige Person, der einzige Mensch aus dieser Kains-Linie, der die Sintflut überlebt. Aber eben ein sehr wichtiger Mensch, nämlich die Mutter aller nachts den flüglichen Menschen. Es gibt aber noch eine andere Tradition, da wird Nama als so eine Art Dämonin oder sogar Mutter der Dämonen bezeichnet oder betrachtet. Da wird dann von dem, in bestimmten Zeitaltern im Judentum als so der Oberteufel bezeichnet oder betrachtete Asmodeos gesprochen, der mit, zum Beispiel mit Lilith, diese Nama zeugt. Oder es gibt da eben verschiedene Varianten. Auf jeden Fall Nama mit dem Dämonischen assoziiert. Und es gibt auch die These, dass diese Geschichte von Genesis Kapitel 6, wo irgendwelche Gottessöhne zur Erde hinabsteigen, weil die Menschentöchter so schön von Ansehen waren und sich dann mit ihnen paaren, daraus dann die Nephilim, die sogenannten Riesen, wörtlich einfach die Gefallenen geboren werden. Also dass auch da Nama eine Rolle spielt. Dass sie quasi die erste Frau ist, die diese Engel verführt hat, weil sie eben so schön ist. Ihr Name bedeutet auch angenehm, lieblich oder sowas. Das sind also diese zwei Seiten. Also einerseits Mutter der Dämonen, andererseits Mutter der nachsintflutlichen Menschheit. Also irgendwie nötig, dieses Dämonische, dieses vermeintlich Dämonische zumindest, auch mit hinüber zu retten, quasi über die große Reinigungsaktion der Sintflut. Und es gibt noch eine andere Nama, die wird aber in der Überlieferung nicht direkt mit dieser assoziiert. Die ist aber auch nochmal sowas widersprüchliches, nämlich dann eine Frau von Salomo, von seinen 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Es ist eine, die auch von den Ammonitern abstammt. Die Ammoniter sind dadurch zustande gekommen, dass die Tochter von Lot, also eine der beiden Töchter, ihren Vater beschlafen hat, um ein Kind eben zu kriegen, nachdem Sodom zerstört wurde und sie Angst hat, es gibt keine anderen Männer mehr auf der Welt. Sie ist also aus Inzest entstanden und daraus ist dieses Volk der Ammoniter. Aber sie hat ihn beschlafen, nicht eher sie. Nee, sie hat ihn tatsächlich extra mit Wein betrunken gemacht, um halt ihn, ja, er hat es gar nicht gemerkt. Und sie gebiert dann eben diesen Ammon, oder Ben-Ami heißt der Sohn erstmal, aber die Ammoniter werden dann davon abgeleitet. Und davon kommt dann diese Nama, diese andere Nama hervor. Und Salomo, das ist die Geschichte, wo er mit seinem magischen Ring den Tempel gebaut hat und dann alle Dämonen unter Kontrolle hatte und diesen Oberdämon Asmodeus in seinem Thronsaal quasi so als seinen Hofnarren angekettet hat. Und dann irgendwann aus Mitleid mit diesem Teufel gibt er ihm mal kurz den Ring, weil er denkt, er ist ja gefesselt, kann nichts passieren, er soll auch mal kurz sich freuen. Aber der nimmt den Ring, wirft ihn aus dem Fenster ins Meer und Salomo verliert seine ganze Macht. Und dann geht er halt auf eine Reise durchs Exil quasi. Keiner glaubt ihm mehr, dass er der König ist. Asmodeus hat sich auf den Thron gesetzt und die Juden oder die Israeliten damals noch dienen quasi unwissend dem Asmodeus, weil sie denken, das ist ihr König Salomo. Und Salomo findet dann irgendwann in einem fernen Land, bei den Ammonitern eben, irgendwie einen Job als Koch am Königshaus. Und die Tochter des Königs ist eben diese Nama und die verliebt sich in ihn und so weiter. Dann flüchten die vor dem Vater, der diese Ehe natürlich nicht cool findet. Und irgendwann haben sie letztes Geld noch für irgendeinen Fisch, den sie sich kaufen können. Den Fisch, den schneidet die Nama dann auf und der Fisch hat diesen Ring verschluckt. Salomo sieht ihn, das ist ja mein Ring, zieht ihn sich wieder an den Finger und ist sofort wieder in seinem Königspalast, hat Asmodeus wieder unter Kontrolle, nimmt dann natürlich Nama auch in seinen Palast mit auf, ist eine ganz wichtige Frau dann. Aber der Sohn dieser Ehe wird dann Rehabiam und der ist wiederum in der Bibel auch bekannt. Der ist nämlich der, der seinen Vater Salomo dann beerbt und der dann schuld ist, dass das Reich zersplittert, weil er eben unklug handelt, politisch könnte man sagen, und dann eben sich die Nordstämme abspalten, die Nordstämme gehen dann verloren. Also da geht auch wieder die ganze Tragödie mit einer Spaltung und Zersplitterung los. Und so ist also auch diese Nama wieder einerseits dafür verantwortlich, dass Salomo überhaupt wieder zurück in seine Machtposition kommt. Und andererseits hat es auch wieder irgendeine Spaltung zufolge. Also Nama und wiederum dieses Dämonisch-Weibliche, wenn man es darin sehen will, ist einfach was Ambivalentes und man kann nicht sagen, einfach nur Böse, sondern Böses, was aber doch irgendwie nötig, notwendig ist, um was Höheres Gutes erst zu ermöglichen. Aber jetzt würde ich gerne den Ileiste noch was fragen. Ich habe nämlich schon mal gehört, ich glaube sogar von dir, dass Nama auch manchmal mit Norea aus dem gnostischen Mythenkreis assoziiert ist. Kannst du mir da noch was, weil da habe ich noch nie von gehört. Naja, es gibt ja diese Nakamadi-Texte und einer dieser Texte heißt Die Hypostase der Achonten. Und da wird diese Geschichte auch beschrieben, von der Ivan eben gesprochen hat. Also da ist Norea einfach die Frau von Noah, ja. Und am Anfang will Noah seine Frau, aus welchem Grund auch immer, nicht auf sein Schiff lassen. Und Norea zerstört die ganze Ache mit ihrem Feuerhauch. Und dann muss Noah die Ache neu bauen und überlegt sich das nochmal besser, ja. Ich glaube, ja, dass wir schon langsam den ganz guten Bogen spannen, ja. Was das Dämonisch-Weibliche betrifft, weil ich sehe tatsächlich das Kernproblem, dass du diese weiblichen Archetypen hast wie Isis oder wie Durga, die rein positiv sind. Und du sagst, der komplette Kontrast dazu ist eben Bavani, also Kali in ihrer negativen Phase, oder Lilith oder Namar. Und letztendlich ist genau das, was die weibliche Kraft beschränkt, weil es gibt da so diese Trennung nicht. Und speziell diese Trennung zwischen Lilith und Eva ist eigentlich nicht so stark, ja. Das ist wieder diese, die Kundalini hat ja diese beiden, wie die DNA, diese beiden Wellen, die nach oben gehen. Und genauso ist es mit der weiblichen Kraft, ja. Und manche Okkultisten versuchten da eben so eine klare Trennung zu ziehen, ja, zwischen dieser unschuldigen, jungfräulichen Kraft und dem dämonisch-weiblichen. Und das ist eigentlich das Verkehrte. Das wird tatsächlich auch schon in der Tubal-Kain-Generation, in der jüdischen Überlieferung behauptet, dass der Vater von Tubal-Kain, Lamechise, der erste Mensch war, der sich zwei Frauen quasi gehalten hat. Nämlich die Ada und die Zilla. Ada heißt wortwörtlich sowas wie Schmuck, die Schmuckvolle. Das war halt so die Vorzeigefrau, die immer schön aussehen sollte und so weiter. Und die andere Zilla kommt vom Wort für Schatten. Das war halt so der abgespaltene Schatten, der halt nötig war. So, ja, das ist dann die Mutter, die wird dann hässlich, aber soll halt mein Kind erziehen. Aber die schöne Frau nehme ich weiter für mein Vergnügen. Also er war der, der genau diese Spaltung laut jüdischer Überlieferung in die Menschheit eingeführt hat. Super spannend. Also, um nochmal kurz einen anderen Tab zu öffnen, was wir vorher hatten, woher kommt diese Verdammung? Ich würde als Astrologe da gern das Thema acharische Mondkulte noch reinbringen. Und dass diese Sonnenverehrung, da deutet einiges drauf hin, es gibt, ich erwähne mal dieses Buch von Gerald Macy oder seine ganze Arbeit, ja, die darauf hindeuten, dass es lunare Kulte gibt, die zuerst da waren. Und dass diese Solarenkulte im Vergleich relativ jung sind, ja. Sind ja auch viele, ich glaube, Mondkalender älter als Sonnenkalender. Nur mal so technisch jetzt mal eingeworfen. Genau richtig. Und ich glaube eben, dass durch die Sonnenkulte die lunare Kraft dann natürlich verdammt wurde. Und Lilith ist ganz klar die lunare Kraft, ja, die lunare Ausprägung dieses weiblichen Kraftstroms. Während Eva, die dann ja auch aus Adam kommt, ja, eher dieses Solare darstellt. Und man hat dann praktisch angefangen, dass lunare, das sich Wandelnde, das vielleicht zu intensive zu verdammen. Das finde ich interessant. Da würde ich jetzt eine dritte Frau einwerfen, Maria. Weil Maria wäre dann aus meiner Sicht die, die das wieder transzendiert oder zur Synthese führt. Ich habe das ja in meinem Buch auch mal ähnlich beschrieben. Maria als Gottesgebärerin ist auch ein Mondsymbol. Als Gottesgebärerin ist sie denn der Schwarzmond. Also sie ist praktisch erst mal nur der materielle Mond, der Steinklumpen, auf den das Licht Gottes dann Christus übertragen wird. Und so wird sie schwanger mit dem Licht. Das heißt, Maria ist aus meiner Sicht etwas, könnte man sagen, was Lunares und Solares in sich vereint. Und so kommt Christus als Erlöser der Welt in die Welt. Sehr schöner Gedanke. Auch wenn man so an den kabbalistischen Lebensbaum denkt, da muss ich gerade an diese Karte der hohe Priesterin denken. Im klassischen Tarot von Arthur Edward White und Pamela Coleman Smith, da ist ja die Karte der hohe Priesterin, das zweite große Arkanum, da hat die hohe Priesterin ihren Fuß ja auf dem Mond. Und dennoch führt diese Karte der hohe Priesterin im kabbalistischen Lebensbaum, weil du kannst diesen einzelnen Pfaden Karten zuordnen, von der Sonne, von der Sphäre der Sonne, Tiferet, also Christus, hoch zum Absoluten. Das heißt, es ist ein lunarer Pfad, aber gleichzeitig kommt es eben aus dieser Christuskraft, die dich dann da zurückführt. Und ich glaube, die hohe Priesterin ist genau diese Marien-Symbolik, die du gerade beschrieben hast. Und ich würde heute diese Sendung gerne noch komplizierter machen. Geil. Für alle Zuschauer, die jetzt schon. Warte, warte, Ivan, bitte warte. Halt ihn kurz fest. Und zwar, jetzt haben wir schon, wir haben über Maria gesprochen, über Lilith, über Eva, über Noahs Frau. Aber jetzt müssen wir auch noch über Sophia sprechen. Die gibt es ja auch noch. Wer oder was ist Sophia? Wörtlich übersetzt die Weisheit. Aber es gibt auch in den gnostischen Traditionen eine Sophia und den Fall der Sophia. Wer ist da Experte und kann vielleicht dazu was einfügen? Oder Ivan, dein Gedanken wolltest ja auch noch loswerden. Da führt aber von deinem Thematik weg. Deswegen würde ich nach hinten stellen. Ich wollte nämlich gerne noch mal auf eine andere Geschichte eingehen, nämlich Märchen. Also wir reden jetzt immer sehr viel über Bibelbezug. Aber wir haben natürlich auch über Hinduismus gesprochen und so weiter. Ist klar. Aber ich würde gerne noch mal den Aspekt, wie Frauen in Märchen dargestellt sind, mit einbringen, wenn es denn zeitlich nachher noch passt. Ja, da hätte ich auch Lust. Dann ist die Jahrgeschichte weg. Dann lass uns noch mal vielleicht die Sophia, weil das passt in dieses ganze biblisch-gnostische. Und dann kommen wir mal auf solche Märchen- und Hexengestalten und sowas. Da hätte ich auch noch ein paar Themenblöcke. Aber wer kann uns mal erklären, wer oder was ist jetzt auch noch die Sophia? Kann ich natürlich machen, weil ich Sophia liebe. Also das ist wie so die... Dann bist du ja im wahrsten Sinne des Wortes Philosoph. Nee, ich finde einfach diese... Ja, aber klar kommt auch daher. Die gnostische Sophia, also wie gesagt, jeder, der sich für Gnosticismus interessiert, wird beginnen, diese Liebe für Sophia zu empfinden, weil Sophia ist praktisch die Kraft, die heretische Christen wieder zurück zur Einheit führt. Und jetzt muss man bedenken, Gnosticismus ist eben ein wahnsinnig weites Feld und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Erzählungen. Die klassische Erzählung, die du wahrscheinlich auch gerade meinst, die am besten in die Sendung passt, ist, es gab ein Pleroma. Das ist so eine perfekte Existenz, ja, wo der Allgott sich schon immer weiter in Zwillingspaare aufgespalten hat, aber alles war harmonisch. Und irgendwann kam da die Weisheit Sophia und Sophia wollte sich auch, also wollte auch ein Universum schaffen, aber sie hat das ohne Partner gemacht, sie hat das allein gemacht. Und das war der Fall. Und daraus ist ihr Sohn entstanden, Sacklas, Samael, Yaldabaoth, ja, oder Yadnamad, wie es schon die sagen würde. Und dieser Demiog, ja, dieser löwenköpfige Gott, der ist der Herr unseres Universums. Viele Gnostiker verbinden das auch dann mit dem, der im Alten Testament wirkt, ja. Und der hält uns hier gefangen in dieser falschen Matrix. Aber. Ich muss gleich was zum löwenkopfigen Gott sagen, aber rede weiter erst mal. Ich weiß, Mithras und alles, ich weiß, wie viele Varianten es gibt, glaubst mir, auch die chaldeischen Orakel und so. Und Sophia ist dennoch hier in dieser Schöpfung noch. Also wir tragen all diese Lebensfunken von Sophia in uns, den der Demiog nicht sieht. Und praktisch über die Rückverbindung zu Sophia können wir wieder aufsteigen zur perfekten, zur wahren Existenz, zum Pleroma. Was immer das sein mag, ja. Aber das Ding ist, warum du da auf das dämonisch-weibliche kommen könntest, ist eben, weil du sagen kannst, hey, Sophia war wieder schuld. Die ist gefallen. Das war ihr Trip, ja. Da was Eigenes zu schaffen, ohne Partner. Und jetzt müssen wir mit ihr zusammenarbeiten, um da wieder rauszukommen. Aber es war ihr Fehler. Ich glaube, das Weibliche wird auch immer metaphysisch mit dem Dämonischen verknüpft, weil das Weibliche an das Materielle irgendwie gebunden ist oder damit zusammenhängt. Und deshalb muss es immer den Fall geben. Die Materie, Mutter Erde, das ist immer etwas Weibliches. Und das Kind kommt aus dem Weibe. Das heißt zwangsläufig, das Weibliche ist mit der Materie irgendwo verknüpft. Und deshalb muss es gefallen sein. Und das Männliche dann gleich mit. Das ist ihr gefolgt. Dass das Weibliche immer das Männliche dazu zwingt, Materie heranzuschaffen. Obwohl wir das ja gar nicht wollen. Wir wollen gerne als Eremiten in der Höhle sitzen. Aber wir müssen draußen Geld verdienen, weil die Frau sagt, solange du noch zwei Nieren hast, kauf mir diesen Pelzmantel. Wir kennen das ja alle. Oder einfach nur die Frau in einem selbst. Die materiellen Bedürfnisse sagen halt, du hast jetzt aber Hunger, also musst du arbeiten, um Essen kaufen zu können. Frauen kosten Geld. Ich mache das alles nur für unser Kind. Es gibt ja auch noch einen ganz interessanten Aspekt zum Weiblichen im Islam. Die Kaaba. Die Kaaba in Mekka. Ein Heiligtum, wo Göttinnen verehrt wurden. Und was dann durch, das wird ja erobert, also Mohammed, der ist ja erst praktisch im Exil. Der kommt zwar aus Mekka, aber ist dann ja eine ganze Zeit in Medina und kommt dann irgendwann wieder. Und dann wird es von den Muslimen in Besitz genommen und umgeweiht. Und ist das zentrale Heiligtum des Islam. Interessanterweise, es ist ein schwarzer Würfel, wo so ein Meteorit verehrt wird. Das hat so gesehen schon was Weibliches. Auch dieser schwarze Stein, der ist in so einer Metalleinfassung, die aussieht wie eine Vagina. Das kann man sich mal auf Fotos anschauen. Und interessant, ich habe es ja auch mal erforscht, aus astrologischer Sicht, ich halte das jetzt wirklich ganz einfach, um nicht über Präzessionsbewegungen von Frühlings- und Herbstpunkten und sowas sprechen zu müssen. Aber es gibt, Planeten haben Erhöhungsgrade. Und der Planet Venus wird in den Fischen erhöht. Und der wird irgendwann mal aktiviert, so im 6. Jahrhundert. Und das ist der Moment, wo der Islam auftaucht. Und aus dieser mundan-astrologischen, kosmologischen Sicht könnte man dann sagen, der Islam ist die Religion der Erhöhung der Venus in den Fischen. Und das wiederum kennzeichnet ihn eigentlich als eine Religion, die einen ganz engen Bezug auf der metaphysischen Ebene zum weiblichen Prinzip hat. Nur ist das weibliche Prinzip aber in den Fischen transzendiert und verschleiert, woraus sich aus meiner Sicht dann auch die Verschleierung der Frau im Islam ableitet und der verschleierte Weiblichkeitskult in Mekka. Wirklich, das war jetzt der Schnelldurchlauf. Ich will es auch gar nicht im Detail ausführen, weil dann brauchen wir eine ganz eigene Sendung. Man kann es im Buch nachlesen. Das sind so meine Ideen dazu. Aber das tritt uns das Weibliche auch in so wieder entgegen und ist verschleiert und irgendwie in die Materie gefallen und halb verleugnet und im gewissen Sinne vielleicht sogar verteufelt, dann wiederum verehrt. Es ist in all diesen Kulten gibt es immer in Bezug auf das Weibliche irgendwie diese Doppelnatur. Irgendwie ist es so Heilige und Hure und immer in einem. Und man kann irgendwie, also Mann jetzt mit Doppel-N, sag ich mal, kann scheinbar nicht beides annehmen. Könnte das auch so ein Aspekt sein. Zu groß für den Mann, ja. Wie bitte? Ihr kennt doch bestimmt auch alle die Geschichte, die der Frank Stoner öfter schon erzählt hat, dass er mal, oder dass irgendwie so Tempelritter oder zumindest Kreuzritter in orientalischen Ländern die Geschichte gehört hätten, dass es mal fruchtbares Land überall war, was aber inzwischen halt Wüste geworden ist. Und das ist eben mit genau... Saharasium. Ja, damit bringt es dann Stoner immer in Verbindung. Aber ich glaube, die Geschichte ist einfach nur, ja, das war, weil Mohammed halt die ganzen weiblichen Gottheiten von hier verbannt hat, die vermeintlich heidnischen, weiblichen Gottheiten. Dann hat sich halt die große Mutter hier zurückgezogen und ja, jetzt ist hier halt Wüste. Und dass dann gerade so die mystischeren Strömungen im Christentum Angst bekommen haben, dass es auch dem europäischen Land, was ja noch schön grün und saftig war, passieren könnte, weil halt immer mehr auch diese Wertschätzung und des heiligen Weiblichen verloren geht. Und dass dann ganz kurz noch die schwarzen Madonnen-Kulte eben so aufgeblüht seien. Aber mehr kann ich dazu eh nicht sagen. Ivan, bitte. Also ich finde, das ist jetzt ein echt guter Punkt, wo ich mal mit meiner Märchengeschichte hier noch dran docken könnte. Es ist ja offenbar so, in Märchen und jetzt aber auch in der Geschichte, die du gerade erzählt hast, mit dem Verbannen der weiblichen Gottheiten, dass irgendwie das Böse in die Welt kommt, indem eine Wesenheit in irgendeiner Form entweder selber was falsch macht oder beleidigt wird. Dass dieses Motiv, dieses Narrativ hat man ja wirklich in ganz vielen Märchen auch. Die 13. Böse Fee, die wurde nicht eingeladen. Und dann wird die zur Bösen Fee sozusagen. Auch die Hexe, die weibliche Hexe ist nicht zwingend immer was Böses. Die hilft auch dem Protagonisten im Märchen vielleicht bei Aufgabenstellungen, die er erledigen muss oder so. Aber oft ist das dämonisch-weibliche, das, ich nenne es mal dämonisch-bös-weibliche, entsteht eigentlich erst, nachdem ihm irgendjemand was angetan hat. Oder ihm etwas vorenthalten wurde, kann man auch sagen. Ja, dass man sagt zum Beispiel, Lilith wäre ja vielleicht eine ganz klasse, super nette Dämonin geworden, wenn sie hätte Kinder kriegen können. Aber das wird ihr vorenthalten. Und die kriegt die Kinder immer und die sterben jedes Mal wieder. Also ist die böse und will sich jetzt rächen an allen möglichen Leuten. Also wenn es jemand schafft, Lilith mal wirklich zu schwängern, dass die ein Kind behält, wird die vielleicht wieder eine gute. Da wird sie wieder auf die andere Seite gezogen. Er ist jetzt ein bisschen sehr flach, was ich sage. Ich gebe zu, aber wir wollten ja auch ein bisschen plaudern. Also ich könnte da mal was zu sagen, ein bisschen anknüpfen, was Ivan sagt mit dem Märchen von Don Röschen. Bei Don Röschen ist es so, ich habe das mal in der Sendung detaillierter aufgedröselt. Ich krame gerade in meinem Gehirn, ob ich das noch zusammenkriege. Es ist schon ein bisschen her. Also bei Don Röschen ist es so, dem König wird eine Tochter geboren und dann werden irgendwie die weisen Frauen des Landes eingeladen. Und für zwölf ist der Tisch gedeckt und für die dreizehnte weise Frau ist kein Platz. Die wird dann sauer, so wie Ivan das gerade beschreibt. Die wird irgendwie betrogen und die verflucht das neugeborene Töchterchen, die Prinzessin, dass die irgendwie irgendwann in so einen, ich glaube in so einen Schlaf oder so fallen soll. Und dahinter steht, so könnte man das deuten und das glaube ich, das ist ja altes Volkswissen. Das ist ja auch vorkristliches oder nichtchristliches Wissen. Das geht irgendwie aufs germano-keltische, europäische Erbe zurück. Das sind die Monde. Jede dieser weisen Frauen ist ein Monat, ein Mondzyklus und der dreizehnte Mond wird nicht geachtet, nicht mit gewürdigt. Und bei dem Mädchen, das sticht sich dann ja in die Nadel beim Spinnen. Und das ist diese, wie nennt man das? Das hat ja so eine Kordel, wenn man da spinnt. Das ist so, die Spindel, die ist spiralförmig. Die Spirale ist auch ein uraltes Symbol der Weiblichkeit. Da wird dann ihr Blut vergossen und sie fällt in diesen Dämmerschlaf, bis sie dann erlöst wird. Und dann ist sie ja auch im Schloss, ja, was Dornen umrangt ist. Und dann ist noch der Drache. Der Drache steht ja auch in Verbindung mit der alten Schlange. Sie ist jetzt im Schlaf. Das hat auch viel mit Menstruationskulten zu tun. Man darf ja nicht vergessen, dass in den ganzen Religionen und spirituellen Traditionen im Schamanismus die Menstruation der Frau immer auch einen initiatorischen Charakter hatte. Und so wie es Bruderschaften und Männerbünde gab, gab es natürlich auch die Bünde der weisen Frauen, wo dann eben halt auch die jungen Frauen, wenn dann die Menstruation einsetzte, initiiert wurden ins Geheimwissen und so weiter. Und wenn man diese Märchen immer auf der, sag ich mal, eindimensionalen Ebene liest, dann ist die Hexe irgendwie die Böse. Aber die ist eigentlich die weise Frau, die das Dornröschen dann durch ihren Fluch eigentlich initiiert. Das geht immer um weibliche Initiation. Bei Schneewittchen genauso. Also bei diesen Märchen, wo jetzt irgendeine Prinzessin oder eine Frau im Mittelpunkt steht. Bei den Märchen, wo der Protagonist männlich ist, geht es dann vermutlich eher um männliche Initiation. Und das ist auch so eine Frage, weil die ganzen Initiationstraditionen sind ja nicht nur Mittel zum Erwachsenwerden in der physischen Welt, sondern es geht ja auch dabei immer darum, dass man in eine Tradition eingebettet wird, wie man sich selbst bewältigt und den richtigen Weg im Leben einschlägt. Das heißt, die Initiation der Frauen ist vielleicht auch die Vermittlung des Wissens, wie Frauen adäquat mit allen ihren Seiten des weiblichen Prinzips umgehen, also mit dem Heiligen und dem Dämonischen. Und wenn das genommen ist, wird dann nicht vielleicht das Ganze ins Ungleichgewicht durcheinandergewirbelt und dominieren dann vielleicht dämonische Aspekte. Da habe ich wieder viel gesagt, ihr habt das Wort. Ja, das Böse als die Folge irgendeiner Sache, die vorher verrutscht ist. Also nicht das per se Böse, sondern irgendwas passiert mit wem auch immer im Märchen und dann wird diese Figur plötzlich zum Bösen, obwohl sie aber nicht per se Böse ist eigentlich. Weil immer so was wie Hänsel und Gretel, das wirklich Böse, was dort passiert ist, ist ja, dass die Eltern die Kinder im Wald aussetzen. Und erst dann kommen die zur Hexe. Also es ist ja nicht so, dass die Hexe, die lebt ja friedlich in ihrem Pfefferkuchenhaus. Wobei ist Hänsel und Gretel ein klassisches Märchen? Das ist Volksmärchen. Also das ist Das gehört schon zu den Gründchen. Brüder Krim. Also auch da gibt es so Deutungen, dass zum Beispiel das mit dem Zeig mal deinen Finger, Hänsel, wie dick er geworden ist, das ist eigentlich auch eine Anspielung auf so Masturbation seines Glechtes ist. Also dass es da auch darum geht, das Kind zum Mann zu machen. Das ist aber halt die Hexe im Wald. Also das würde ich eh noch als einen wichtigen Aspekt von dieser weiblich-dämonischen Mythologie in Bezug gerade auf das Hexen, also auf die Hexenfigur sagen. Die Hexe vom Deutschen wird es glaube ich auch manchmal von der Hecke abgeleitet als das, was eben das zivilisierte Land, was die Menschheit schon errungen hat, sich erworben hat, abgrenzt von der Wildnis, also von dem Wald, von der wilden Natur. Ich habe das auch so verstanden, die Hexe ist die, die auf dieser Hecke sitzt. Das heißt, die ist an der Scheidelinie zwischen den Welten. Aber sie steht für die Grenze und für das, was dahinter an Gefährdlichen liegt. Die Zaunreiterin, meinst du? Genau. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es vom Germanischen ist, aber ich habe es öfter so mit dem Wort Hecke und genau wie du Charles sagst, die auf der Hecke sitzt und dadurch für beide Welten irgendwie Kraft hat. Also sie kann sowohl mit der Wildnis als auch mit der Zivilisation Hand haushalten. Und im Hebräischen das Wort für Hexe ist quasi einfach die weibliche Variante von Dämon. Also Shed ist Dämon und Shedda ist die Hexe. Aber Shedda wird genau gleichgeschrieben wie Sade und Sade heißt einfach das wilde Feld. Also einfach die Natur, die nicht beackert ist und sowas. Also auch da ist diese Assoziation ganz direkt. Und deswegen glaube ich auch so aufs Innerliche übertragen, ist es auch so die Schwelle des Bewusstseins zum Unbewussten. Das ist also die Wildnis der Seele, das Unbewusste, auch bedrohlich für das erwachende Bewusstsein. Wieder Subjekt-Objekt-Spaltung, wo der Mensch sich langsam individualisiert hat. Auch in jedem Menschenleben wieder neu, also wenn das Kind eben anfängt, sich als ich wirklich zu begreifen und dann irgendwann, gerade so in der Jugendzeit, das Unbewusste, die komischen Triebe und Regungen, das kann man alles so mit dem Hexen-Archetyp irgendwie assoziieren. Ein Aufmerksamkeit. Ich glaube wirklich, wir sehen immer genauer, woher dieser Fall ins Bosart, diese Dämonisierung kam. Wenn man sagt, genau, das Weibliche ist die Spirale und die Spirale geht in beide Richtungen. Und ich glaube wirklich, diese ganze Verdammung kam daher. Eben aus diesem linearen, einfachen Denken, was wir auch leider aus unserer Szene kennen, auch in der alternativen Szene. Wir wissen alle, wie sehr Baphomet verdammt wird. Das Symbol für Hermes eigentlich, wenn du es genau verstehen würdest, ja auch der Ausgleich der Polaritäten, aber weil es die falschen Leute verwenden, sagt lineares Denken eben, okay, das ist böse, ich verdamme einfach Pan, ich verdamme die Schöpfung. Und ganz ähnlich ist es da. Es ist immer wieder so, diese Verdammung des Schattens, diese Verdammung oder einfach eine ganz, ganz einfache, simple Erklärung will man für die Dinge und man müsste den gesamten Kontext verstehen. Und das, weswegen Hexen verdammt wurden, ja, ähnlich wie Astrologen und Heilerinnen und Okkultisten, die bestimmtes Wissen hatten, war einfach, weil das ist wie Karma, ja, es kann dir wunderbares schenken, aber es gibt diese düsteren Seiten und das ist eben der Saturn. Es gibt definitiv, wir haben diese Illusion der Freiheit, aber es gibt eine gewisse Fatalität und es gibt Menschen, die haben eben Zugang dazu, dazu ein bisschen diese Fatalität genauer zu erspüren wie andere. Eben Haggazuzas, die weisen Frauen zum Beispiel und die konfrontieren den einen oder anderen dann halt mal damit. Wenn er frägt, ja, vielleicht sollte man es nicht ungefragt machen, dann sagst du ihm auch mal klipp und klar, was du siehst, welche Limitation, was dem anderen vielleicht bevorsteht oder wo er eingeschränkt ist und wenn das dann eintritt, ne, dann kill the profit. Das ist, glaube ich, dann immer das Problem gewesen. Wenn wir über das dämonisch-weibliche sprechen, sprechen wir über Urprinzipien, die sind jedem Menschen zugänglich. Das ist völlig legitim, als physische Männer darüber zu sprechen. Wir reden ja nicht darüber, wie ist es, eine Frau zu sein. Da können wir natürlich nicht mitreden. Aber diese Urprinzipien wirken ja in jedem Menschen genauso wie auch kosmisch-männliche Kräfte in jeder Frau wirken. Und insofern sehe ich da überhaupt kein Problem darin, warum wir jetzt darüber sprechen sollten. Und also, ja, Wie gesagt, wäre ja mal spannend gewesen, aber wir machen ja noch weitere Sendungen. Sie ist ja nicht die einzige. Wird auch spannend, wird auch spannend. Aber das Spannende daran ist tatsächlich, genau auch für uns als Männer ist es wichtig, die göttliche Anima in uns da ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist ja, warum so viele Männer neurotisch oder was auch immer sind, ja? Weil das da aus dem Gleichgewicht kam. Also ich würde gerne noch ein paar ketzerische Gedanken zum Thema Hexen äußern, mit denen ich mich vielleicht sogar unbeliebt mache. Ich bin der Meinung, dass Hexen heutzutage völlig idealisiert werden. Also es gab scheinbar eine Tradition in Europa von weisen Frauen oder spirituellen Frauen oder Frauen irgendwie mit Geheimwissen, die wurden von der Kirche als böse deklariert, als Hexen und ausgerottet. Kurzfassung. Heute, ja, ja, heute wird das Ganze aber idealisiert. Praktisch unter umgekehrten Vorzeichen genauso extrem. Böse Kirche, ganz schlimme Typen, vor allem Männer. Und die haben jetzt die ganzen tollen, weisen Frauen damals ausgerottet. Das ist eine Sichtweise, die habe ich in Sendung auch schon mal so in der Art geäußert. Ich habe aber auch manchmal den Gedanken, hm, war denn dieses Hexenwesen, was wir hatten, war denn das alles so lichtvoll? Denn natürlich wurde dort das heidnische Erbe Europas ausgerottet. Es wurde Heilwissen, Hebammenwissen, spirituelles Wissen der Frauen zerstört. Gar keine Frage. Ich will jetzt nicht sagen, die Inquisition hat da toll gewirkt. Nein, aber es gibt natürlich Länder, wo noch heute Hexerei weit verbreitet ist. Ein Beispiel, Papua-Neuguinea, ein Land, da habe ich mich mal näher früher mit befasst, weil ich da unbedingt immer hin wollte. Mittlerweile bin ich froh, dass ich da nicht war. Da gibt es den Sanguma, das ist so der Hexenglaube und da gibt es viele Menschen und es sind dann oft auch Frauen in den Dörfern, die so, ja, so Schadenszauber betreiben, Nachbarn irgendwie verhexen und dann teilweise da auch verbrannt werden, wie bei uns im Mittelalter. Aber auch selber dann sagen, ja, ja, ich bin eine Hexe, ich mache sowas. Ähnliche Sachen kennen wir auch aus Afrika. Also es gibt Kulturen, wo ja so ein Hexentum, wie wir es in Europa hatten, heute noch lebendig ist und wenn man sich die mal anschaut, dann ist das nicht alles so ganz lichtvoll und ich würde einfach mal dazu plädieren, dass man vielleicht auch diese ganzen Hexenthematik mal differenzierter sieht und mal einfach so überlegt, ja, war denn das, ist das denn etwas, was wir jetzt unbedingt uns zurückwünschen wollen, weil es wird heute sehr populistisch, finde ich sehr leichtfertig, so in der Esoterik, in dieser weichgespülten Esoszene von Hexenwissen gesprochen und dies und das und irgendwelche Frauen sehen sich so als Neo-Hexen und das ist dann immer positiv konnotiert und die ketzerische Frage, die ich heute mal in den Raum stellen will, also ketzerisch im Sinne unserer Moderne ist, ja, was wäre denn, wenn vielleicht große Teile dieser Bewegung oder dieses hexerischen Volkstums auch böse gewesen wären, negativ, dunkel? Was denkt ihr darüber? Was ist denn das Böse? Sind wir ja wieder am Anfang unserer Sendung von heute. Weil wenn dir jemand Schmerzen zufügt, ja, wird es wahrscheinlich jeder normale Mensch, wer jetzt nicht gerade schmerzaffin ist, gibt es ja auch, aber, sagen wir mal, die große Mehrheit der Menschen würde sagen, Aua, das tut weh, du tust mir weh, das ist böse, was du gerade mit mir machst. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass der Schmerz dich ja was lehrt und in der Freimaurerei zum Beispiel gibt es ja sogar im Affam-Ritual eine Stelle in der Initiation, wo... Das darfst du ja nicht zitieren. Affam hat mit... Sinngemäß, sinngemäß gesagt wird, wer niemals Schmerz erfuhr, wie soll er seine Stärken kennen? Seine eigene Kraft heißt es, glaube ich, im Ritual. Ich sagte ja sinngemäß, da ich hier kein Geheimnis verratere gehen werde. Fakt ist jedenfalls, dass darin schon eine tiefe Wahrheit steckt, dass man sagt, das vermeintlich Böse bringt dich ja irgendwo auch voran. Wobei, das ist ein bisschen was anderes. Das ist was anderes. Ich rede jetzt von Traditionen, wo bewusst Schadenszauber gemacht wird. Ob du das jetzt philosophisch dann als Böse betrachtest, das ist ja eine andere Frage. Aber ich rede jetzt von Hexen, die sagen, ich verhexe meinen Nachbarn, damit es dem schlecht geht, damit er stirbt oder seine Kuh tot umfällt. Davon sprechen wir. Anderen Menschen schaden. Sinnvoll für dessen Entwicklung, dass die Kuh stört. Vielleicht. Ich wollte nur kurz darauf eingehen, das hatten wir auch in den Nachtmeerfahrten, als ich da mal beim Stefan zu Gast war, dass die Parallele zu der Verfolgung von zum Beispiel Juden oder eben auch Okkultisten noch im weiteren Sinne, das schon sehr augenfällig ist. Also wahrscheinlich gibt es eben diese, die wirklich irgendwie fragwürdige Praktiken betrieben haben, aber die nicht verständigen Menschen haben es dann halt auf alle dieser Gruppe bezogen. Bei den Hexen stelle ich mir das genauso vor, dass es auch hier bei uns in Europa sicher solche Schadenszauberhexen gab. Es ist halt immer schwer jetzt einzuschätzen, wie groß das Verhältnis der beiden Gruppen zueinander war oder wie fließend die Übergänge sind. Aber ich denke, dass halt da wiederum die Inquisition hier und da schon was Richtiges bekämpft hat, aber das halt dann total übertrieben hat und völlig pauschal allen übergestülpt hat, die irgendwie sich mit Kräuterkunde ausgekannt haben. Das ist halt das Problem. Man muss ja auch mal jetzt wieder Philosophie, ich habe ja Philosophie studiert, deswegen verzeiht mir, wenn ich mal auf diesen Begrifflichen rumreite, man muss einfach auch mal differenzieren, wovon reden wir gerade, wenn wir Böse sagen, wenn wir Schädlich sagen oder sonst was. Also ich behaupte mal wieder, um am Anfang des Videos nochmal anzudocken, Gut und Böse sind menschengemachte Begriffe, Tiere zum Beispiel sind nicht böse, Tiere können gefährlich sein. Klar, ich kann im Wald, wenn ich einem Wolf gegenüberstehe, von dem angegriffen werden, aber das macht er nicht, weil er böse ist, sondern weil er so ist, wie er ist. Das heißt, er ist für mich eine Gefahr, aber er ist nicht das Böse. Aber Ivan, jetzt siehst du unser Gespräch gerade auf so ein Kindergartenniveau, weil das sind ja Allgemeinplätze, das ist doch klar, dass Gut und Böse ein gewisses Relativ sind. Wir sprechen jetzt aber oder in dem Beispiel, was ich genannt habe, über die Intention zu schaden. Dass man die Intention zu schaden, theoretisch auch als was Gutes betrachten kann, wenn man das philosophisch in seinem Kopf so sich zurecht legt, ist okay, ist okay, weiß aber auch jeder. Aber wir gehen ja davon aus, dass das jetzt was Schlechtes ist. Ich nicht. Ich gehe davon aus, dass das für den, der es so empfindet, was Schlechtes ist. Aber das heißt doch nicht, dass die Tat an sich böse ist oder schlecht oder negativ. Nimm Kriege, nimm alles Mögliche, was hier in dieser Welt jeden Tag passiert. Wenn du zum Beispiel zu deiner Frau, wenn ihr euch streitet und du sagst, ihr was Böses, das machst du ja nicht, weil du grundsätzlich böse bist, sondern weil in dem Moment du das tust, aus welchen Gründen auch immer und sie das so und so versteht, da kann man natürlich auch hinterher hingehen und sich wieder entschuldigen oder sagen, es war ein Missverständnis oder was auch immer. Aber verstehst du, was ich meine? Und diese Hexen pauschal, nur weil ein Schaden, was ist denn ein Schadenzauber? Was ist denn das? Das ist eine Tat, die ins Leben eines anderen eingreift. Ganz neutral. Es ist aber genau dasselbe, wie wenn ich einen guten Zauber mache und sage, jetzt kriegt die Kuh drei Nachkommen. Da greife ich auch in dessen Leben ein. Was von beiden am Ende des Tages für denjenigen richtig ist, dass er drei Kühe im Stall hat oder gar keine mehr, wird auch auf einer ganz anderen Ebene entschieden. Ja, aber du redest jetzt von dem Effekt, auf den es betrifft, aber derjenige, der es tut, der macht bewusst, entweder weil er es gut meint oder weil er es böse meint. Genau, es geht um die Intention. Die Wirkung, klar, jede Wirkung in der Welt einer Handlung, das ist ja so ein, es gab so eine philosophische Position, ich weiß jetzt, fällt mir auch gerade der Name nicht ein. Also da ist klar, das kann so und so wirken, weiß man nicht, wie es sich am Ende auswirkt. Aber es ging ja nur um die Intention zu schaden. Also wenn ich jetzt auf dich schieße mit der Absicht, dich zu töten, habe ich die Absicht, dich zu töten. Ob du dann stirbst oder der Krankenhausaufenthalt, weil du überlebst, am Ende dein größtes Glück im Leben war, weil du dich in die Krankenschwester verliebst, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Es geht nur um die Intention. Ist die Intention von uns überhaupt zu 100% machbar oder sind wir nicht auch von Wesenheiten besessen, die uns dazu führen, so und so zu handeln? Also ich sage jetzt nicht, also das ist jetzt wieder die Frage nach dem freien Willen, aber man steht doch nicht früh auf und plötzlich hat man den Gedanken, jetzt bringe ich mit schwarzer Magie die Kuh vom Nachbarn um. Du nicht, aber manche vielleicht schon. Wirkmechanismen im Spiel. Ja, aber ich finde, das führt uns ein bisschen zu weit ins Philosophische, hat gar nichts mehr jetzt mit dem weiblich-dämonischen zu tun. Du hast ja recht mit den Punkten, aber ich weiß nicht, ob das wir jetzt so ausführen sollen. Also sie ist die Tochter von Sophia. Listern, du musst bitte für uns zurück. Wir brauchen dich, den weisen Stier. Bring Ruhe rein. Sei doch alle. Kant, Kant. So. Immanuel Kant hat mal gesagt, gut ist nur ein guter Wille, aber wie manche von ihren Eltern wissen, ist auch der gute Wille nicht immer das, was uns alle heilt. Ich denke, das, was Charlie meint in diesem ganzen Punkt und es stimmt, diese Hexenprozesse von Salem, das wurde teilweise übertrieben. Das waren auch von der Quantität her jetzt nicht Millionen Menschen, die da gestorben sind auf dem Scheiterhaufen. Und dennoch bin ich auch eher einer dieser Fürsprecher für die, die halt, ja, ich weiß nicht, da so einen rebellischen Kampf einfach führen wollen gegen die Kirche, auch einfach, weil die Kirche ein unendlich überholter Verein ist. Dennoch glaube ich, dass man das, was man da den Hexen vorgeworfen hat, praktisch erweitern kann auf alle, die Zugang zu diesen feinstofflichen Welten haben. Was ist Magie eigentlich? Die meisten haben da ein vollkommen falsches Verständnis, dass ich hier Herr der Ringe mäßig irgendwelche Dinger beschwöre oder so. Ich glaube, es ist alles möglich, aber letztendlich sind es erstmal diese Mechanismen der Maya, dieser Matrix hier. Es gibt einfach Menschen, die haben da Zugang und die verstehen das dann ein bisschen besser, wie das hier läuft, warum, warum gewisse Dinge passieren, warum manches schicksalhaft ist. Und das bringt eben eine Verantwortung mit sich. Und ich glaube, wir müssen über die Frage des Willens hinausgehen, weil selbst ein guter Wille kann schaden, weil du weißt das nicht, du möchtest einen guten Willen haben, aber du weißt dennoch nicht, was dabei rauskommt. Ich glaube, viel entscheidender ist dieses, dass man den saturnischen Weg schon gegangen ist, dass einfach der Charakter eine Reif entwickelt hat. Weil wenn du praktisch diese Fähigkeiten hast, aber dein Charakter hat nicht diese Reife, dann wirst du früher oder später in den Abyss fallen zu dem, was Crowley die schwarzen Brüder genannt hat. Also du willst halt einfach, du erschaffst dir dann dein eigenes Universum, weil es gibt dir ja Macht über Menschen. Und wenn du nicht irgendwann durch den Reifeprozess an den Punkt kommst, zu sehen, okay, was ist das zwischen mir und den anderen? Wo ist da die Synthese? Wo kann ich diese Synthese bilden, dass ich schon, dass ich der Welt diene, dass ich helfe? Dann, glaube ich, kann das zu, ja, absolut fatalen, schrecklichen Konsequenzen führen. Und da mag es teilweise richtig gewesen sein, gegen gewisse Leute vorzugehen, die eben diesen Reifegrad nicht erreicht hatten. Und das kannst du auf alle, glaube ich, beziehen, die da irgendwo einen Zugang haben, weil es bringt Verantwortung mit sich. Ich wollte auch gar nicht so einen Riesenfass damit aufmachen, nur ich dachte, wenn wir über das Dämonen-Schweibliche sprechen, dürfen Hexen nicht unerwähnt bleiben. Und ich wollte einfach darauf hinweisen, dass das heutzutage so in der Soft-Esoterik irgendwie ein bisschen für mich aus meiner Sicht zu sehr idealisiert wird und naiv betrachtet wird. Ja, aber so bin ich von einer bestimmten Gentil von Leuten, von einer bestimmten Gentil von Leuten, die sich selbst damit irgendwie identifizieren. Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Es gibt aber auch, glaube ich, heute immer noch eine ganze Menge Leute, wenn du in so hardcore-christliche Kreise reingehst, die immer noch gerne Hexen verbrennen würden. Ja, natürlich. Das sind selber Hexen. Jetzt haben wir noch irgendwas Wichtiges auf dem Zettel, was jetzt noch mit dem dämonisch-weiblichen Zusammenhänge. Gibt es einen Aspekt, den wir überhaupt gar nicht angesprochen haben, der nicht unerwähnt gelassen werden darf? Ich würde nur nochmal zusammenfassen, so meinen Standpunkt. In gewissem Sinne ist eben alle Schöpfung das Weibliche. Und wenn ich als Mensch mit Bewusstsein der Schöpfung gegenüberstehe, vermeintlich zumindest, sie also nicht als Teil meiner selbst betrachte, dann stehe ich nur dem Weiblichen gegenüber. Egal, auch wenn ich eine Frau wäre, wäre ich dann als etwas Männliches vom Bewusstsein her dem Weiblichen gegenüber. Und dann geht es immer um die Verbindung, sich mit allem zu verbinden, wie das dann genau geschieht. Das heißt nicht, dass man alles gutheißen muss, aber eine Verbindung heißt eine Auseinandersetzung, eine eher echte, auf Augenhöhe stattfindet, eine Auseinandersetzung mit allem. Und alles, was man nicht schafft, auf diese Art und Weise zu, oder dem auf diese Art und Weise zu begegnen, das spaltet man ab und macht so eine Art Schatten. Und da entsteht dann aus meiner Sicht das Dämonisch-Weibliche. Also eigentlich, sich der ganzen Schöpfung öffnen ist die beste Heilung für dieses negative Prinzip. Ich muss da Janusz auch weitgehend zustimmen. Das kann ich nur so unterschreiben. Und ich glaube, wir haben wirklich einen schönen Bogen heute gespannt. Ich sehe das Weibliche auch. Ja, genau. Wie heißt dieses, das Manifeste, das Universum, was du siehst, das, was, das, was das Außen ist. Und letztendlich ist, sieht der Magier das Universum als konstanten Tanz, ja, mit der Göttin. Du bist eigentlich immer im Tanz mit der Göttin, egal, was dir, was dir begegnet. Und ich glaube, gewisse Menschen haben sich diesen Tanz verschlossen, ja, und dann staut sich etwas auf, was zu dieser Verdammung geführt hat. Und die müssten die Liebe zu dieser, zu Gaia, zu Mutter Erde wieder entdecken. Und dann würde diese Verdammung aufhören. Und dann würden die Menschen erkennen, dass Lilith und Sophia dasselbe sind. Es ist nur eine, die lunare und die solare Polarität von derselben Kraft. Und du darfst diese Kraft nicht trennen, weil das führt dann immer zu einer ungesunden Disbalance. Eine Buchempfehlung, die würde ich gerne noch zum Schluss. Und, Janosch, kurz noch machen. Nur eine Buchempfehlung, soll ich jetzt oder? Ja, hau raus. Das ist sehr, sehr unbekannt von Axel Nitschke, also so ähnlich wie Nitschke geschrieben. Das Buch heißt Huren in der Bibel, Teil 1, Lilith. Oder Todala Lilith auf Hebräisch. Aber das ist ein Deutscher, auch kein Jude. Und das ist wirklich der Versuch einer Versöhnung mit dieser Kraft. Nicht leicht zu lesen, aber für mich sehr, sehr ergiebig. Na gut, also wenn du das schon machst, dann möchte ich auch noch kurz ein Buch empfehlen. Das ist die Astrologin, bei der ich gelernt habe. Hannelore Traugott heißt die Gute. Eine Österreicherin. Und die Lilith kannst du auch astrologisch deuten. Das ist sozusagen der schwarze Mond, ein Punkt, den man berechnen kann. Und sie hat das Buch geschrieben, Lilith, Eros des schwarzen Mondes. Und natürlich wird da die astrologische Bedeutung von Lilith beschrieben, aber der ganze erste Teil behandelt die Mythologie eben. Also auch all das, was wir heute angesprochen haben. Deswegen wirklich eine Herzensempfehlung. Das ist das beste Buch über Lilith, was ihr euch holen könnt. Okay, mein Schlusswort. Geht wieder ein bisschen auf die heutige Zeit. Also in Vorbereitung auf das Video, was ich mir so überlegt habe, ist diese ganze Gender-Geschichte, die hier gerade abläuft. Ich glaube, in dem Moment, wo ich diese Trennung von Geschlechtern beliebig mache, kommt durch die Hintertür wieder das wirklich dämonisch-weibliche hereingeschlichen ins Gebäude. Das wäre mal so ein Gedanke, den ich noch mit einbringen würde. Was jetzt überhaupt kein Angriff auf Menschen sein soll, die aus welchem Gründen auch immer ihr Geschlecht wandeln wollen. Das wird jeder seine individuellen Gründe dafür haben. Ob es gut oder schlecht ist, habe ich nicht zu beurteilen. Aber wenn es zu einem gesellschaftlichen Beliebigkeitsding wird, bis hin in die Sprache und so weiter, dass man gar keine maskuline Form mehr verwenden soll, sondern alles neutralisieren soll, dann glaube ich, öffnet man Tür und Tor für das Dämonische wieder. Denn irgendwo muss die Kraft ja auch sich dann wieder neu manifestieren. Wäre jetzt mal so mein Schlussgedanke zum Thema. Sowohl das männliche als auch das, also sowohl das als auch das männlich-dämonische wird dadurch nur wieder getriggert, weil die Männer regen sich auch dann darüber auf, dass sie so ausgeschlossen unterdrückt werden. Wir haben noch viel Stoff für weitere Sendungen. Ich muss gerade überlegen, ob ich eigentlich auch so eine Art Schlusswort für dieses Gespräch habe. Ich fand es super interessant. Wir haben viele Aspekte einer wirklich sehr abstrakten Thematik heute gekonnt, gestriffen. Das, finde ich, ist uns echt gut gelungen. Ich hoffe, das war auch unterhaltsam und auch der Zuschauer, der jetzt nicht, der nicht die Nakab-Madi-Handschriften am Nachttisch liegen hat und täglich irgendwie den Stand von Lilith berechnet. Ich hoffe, auch für diese Zuschauer war das interessant und bereichernd und wir sind natürlich viel hin und her gesprungen, aber das liegt auch im Wesen der Sache begründet. Wie gesagt, es ist keine Vorlesung an der Uni, es ist YouTube, es ist Infotainment, wir bieten Informationen, und Denkansätze, aber ich danke euch dafür, dass wir das so interessant besprochen haben. Ivan, du weißt, ich habe dich ganz so lieb, auch wenn wir immer anderer Meinung sind, zumindest in diesen Bereichen. Nein, es war wirklich, es hat mir viel Spaß gemacht. Jungs, ich danke euch und ich denke, ich weiß nicht, in welcher Taktung wir jetzt dieses Format Okkult TV irgendwie weiterführen werden, aber es wird auf jeden Fall Fortsetzung geben und vielleicht ja auch noch mit ein paar Special Guests, mit interessanten Leuten so aus dieser Szene, die wir kennen. Es ist ja nicht so, dass wir da nicht vernetzt wären. Und in dem Sinne, liebe Leute, liebe Freunde, ciao und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Cheers.